Herzlich Willkommen zu den Comic-Cookies. Cookies, Comic-Cookies, lecker. Und herzlich Willkommen zu Comic-Cookies, Folge 94. Mein Name ist Andi Preller und heute mit mir wieder dabei vor den Mikrofonen sind unter anderem der Patrick. Hallo Patrick. Hi. Und dann außerdem noch wie immer der Breedstorm. Hallo Breedstorm. Einen wunderschönen guten Abend. Oder auch guten Morgen oder guten Mittag, wann auch immer ihr die Folge hört. Wir nehmen sie auf. Wir nehmen sie auf am Abend des 10. Dezember 2020. Deswegen auch das frohe Weihnachten. Wenn ihr das im Februar anhört. Na gut, ihr könnt es anhören, wann auch immer ihr wollt. Wie ihr merkt, wenn ihr uns schon länger zuhört, wir sind heute wieder nur zu dritt. Der Telestammtisch Andi ist heute nicht mit dabei. Dementsprechend werden wir es heute wieder so machen, dass jeder von uns drei Titel vorstellt. Wir besprechen wieder querbeet durch die Comic-Landschaft. Jeder so nach seinem Gusto hat sich drei Titel ausgesucht. Manche davon sind auch auf dem Markt eigentlich vergriffen. Aber wir sind jetzt nicht nur eine Aktualitäten-Schau und Anpreisen von Comics, die man gerade gut kaufen kann oder so. Sondern wir wollen einfach ein bisschen das Medium auch abbilden. Und zwar wirklich so, wie uns das Spaß macht. Deswegen, wir sagen uns zwar vorher schon, welche Titel jeder immer so dann mitbringt. Aber wir haben jetzt keine echte Absprache, dass wir irgendwie ein bestimmtes Thema oder so mitbringen würden. Und deswegen gucken wir mal, was wir heute wieder alles so mit dabei haben. Ich würde sagen, vorab erstmal, weil es jetzt gerade wirklich ganz frisch ist. Richard Corbin ist verstorben. Das habe ich jetzt wirklich erst vor einer Stunde oder so vielleicht erfahren. Also es scheint sehr frisch gewesen zu sein. Macht jetzt gerade überall die Runde. Einer der großen alten Meister des fantastischen Comics gewesen. Ich weiß nicht, wie stark eure Verbindung zu Richard Corbin war. Ich frage mal in die Runde, Breedstorm, was hast du so für eine Verbindung zu Richard Corbin, wenn du eine hast? Ja, es ist eine Epicness halt, wie er gezeichnet hat, finde ich. Hast du viel von ihm gelesen? Es geht. Also ich habe gerade in der Anfangszeit, wo ich mich, sage ich mal, über den Superhelden-Tellerrand hinaus bewegt habe, war das so einer von den ersten Namen, wo ich dann auch durch die Cover und sowas draufgekommen bin. Und ja, also es ist ein schreckliches Jahr. Viele gute Leute sind verstorben und er ist sicherlich einer, den man vermissen wird. Patrick, wie ist es bei dir? Ich habe ein paar Horror-Anthologien von ihm gelesen und bin tatsächlich öfter auch beim Hellboy-Universum auf ihn gestoßen. Da hat er auch ein paar schön morbide Beiträge zu geleistet. Ja. Ja, er war in seinen 80ern, wenn ich das jetzt auch vorhin richtig gelesen habe. Und ich kenne ihn auch schon so lange, dass der Mann wahrscheinlich auch wirklich so alt sein muss oder gewesen sein muss. Ich erinnere mich, dass ein Freund von mir, das muss in den späten 80ern oder so gewesen sein, also wir waren so in den frühen Teenager-Jahren wahrscheinlich, hat mir den gezeigt von Richard Corbin, so eins seiner frühen Meisterwerke, glaube ich. Das, ich denke, ursprünglich in Heavy Metal erschienen ist, bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, so aus der Ecke kam das auch. Und dann so über die Jahre immer wieder irgendwie hat mir dann mal einen, ich glaube, einen Spider-Man oder einen Silver Surfer oder so von ihm in die Hand gedrückt, den ich mal gelesen habe. Und dann, wie Patrick auch gesagt hat, auch die verschiedenen Hellboy-Geschichten, die er gemacht hat. Also Richard Corbin war so einer, den man auch immer erkennt. Hellblazer-Sachen hat er zwischendurch, glaube ich, auch mal irgendwie. Ja, ja, tatsächlich. Kräfte gemacht. Ja, da erinnere ich mich jetzt auch, weil ich habe eine Zeit lang auch Hellblazer gelesen. Und da, also eine Zeit lang regelmäßig Hellblazer gelesen, meine ich damit. Und der, den erkannte man auf jeden Fall immer. Der hatte einen sehr eigenen Stil. Und das ist ja auch schon immer noch eine gute Sache, wenn ein Künstler so eine Handschrift hat und sich auch über Jahrzehnte so eine Nische auch irgendwie erst erarbeitet hat und dann aber auch gehalten hat. Also ich glaube, Richard Corbin war einer, der nie aus der Mode gekommen ist, der nie an Relevanz verloren hat. Ich weiß nicht, wie groß sein Output insgesamt jetzt so war. Vor allem jetzt auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber so nah bin ich an ihm dann eben auch nicht dran. Dass ich jetzt alle seine Sachen kennen würde. Aber ja, auf jeden Fall, wir zollen Tribut an Richard Corbin. Und wer vielleicht noch keinen Richard Corbin gelesen hat, es lohnt sich da auf jeden Fall mal ein bisschen zu recherchieren, sich ein paar Sachen anzuschauen. Da ist wie gesagt ein Unikat, denke ich, ist von uns gegangen. Ich finde, er hatte so einen leicht Robert-Crump-ähnlichen Stil. Also auch mit diesen dreckigen Einflüssen, die da immer in seine Zeichnungen mit eingeflossen sind. Und diese Independent-artige, dass da angeflossen ist. Ja, das stimmt. Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du es sagst, und ich stelle mir das im Kopf jetzt gerade so ein bisschen vor, die kommen so aus komplett anderen Genres. Aber es stimmt schon, so am Zeichenstil. So ein ähnliche, die Figuren sehen teilweise so ein bisschen ungelenk aus, so ein bisschen weich. Und ja, vielleicht ja. Also wie gesagt, unsere Empfehlung auf jeden Fall. Schaut euch mal was von Richard Corbin an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich meine auch irgendwie vor ein paar Tagen erst auf Twitter irgendwas gesehen zu haben, dass irgendein deutscher Verlag irgendeinen neuen Band rausbringt, irgendeine Deluxe-Ausgabe von irgendwas. Kann mich aber auch täuschen. Das war jetzt eine sehr vage Aussage, die niemandem weiterhielt. Gut. Erstmal Frage in die Runde. Gibt es noch irgendwelche anderen Themen, die ihr gerne ansprechen möchtet oder irgendwas, was ihr erwähnen möchtet, bevor wir dann zu unseren eigentlichen Comic-Besprechungen kommen? Breedstorm. Gibt es irgendwas, was du loswerden willst? Negativ. Alles klar. Patrick, wie schaut es bei dir aus? Negativ. Gut. Dann machen wir wie immer erstmal einmal die Runde rum. Jeder sagt kurz seine drei Titel, die er heute vorstellen wird. Und dann gehen wir in die tatsächlichen Besprechungen über Breedstorm. Was hast du heute mitgebracht? Ja, du hast es schon erwähnt. Wir haben auch den guten alten Kram dabei. Also habe ich mal die Entdeckung der Currywurst mitgebracht von Isabel Kreitz. Dann der König des Mars von Dylan Horrocks. Und zum Schluss habe ich noch Elephant Man mitgebracht. Da gibt es neues Material zu. Und da kann ich mal so ein bisschen auf die Serie eingehen. Ist das das von Richard Starkings? Richard Starkings. Patrick, was hast du dabei? Ich habe den Swamp Thing Run, also Band 1 der Deluxe Edition von Alan Moore. Da haben sie dem Ganzen eine neue Kolorierung verpasst. Dann habe ich mir das natürlich näher angesehen. Dann auch Band 1 der Deluxe Version von Hellblazer. Garf Ennis Edition. Also zwei richtig schöne Klassiker, die man vielleicht kennen könnte. Und Band 3 ist von einem alten Telestammtisch-Gefährten, dem Andi Papelitzki. Bounty Lust, der Kalamare-Kult, Band 2. Also, das ist auf jeden Fall schon wieder ein buntes Portfolio. Ich habe heute dabei den verlagseitig vergriffenen Band Lovecraft von Reinhard Kleist und Roland Hüve. Dann den ersten Band der Reihe Deadly Class, der wahrscheinlich für die meisten jetzt auch keine besondere Neuheit darstellt, den ich aber trotzdem besprechen wollte. Wer sich zurückerinnert, ich habe dieses Jahr mehrere Rick Remender-Comics vorgestellt. Ich habe mich dieses Jahr so ein bisschen quer durch Rick Remender gelesen und Deadly Class war jetzt gerade das aktuelle Letzte. Und mein drittes Thema und mit dem möchte ich jetzt einfach die Runde auch eröffnen. Ich fange heute mal an. Mein drittes Thema ist Ralf Niesel. Also kein einzelner Comic, sondern der Comic-Künstler, deutsche Comic-Künstler, der jetzt auch vor kurzem erst viel zu jung verstorben ist. Wer sich ein bisschen im Comic-Twitter rumtreibt, wird es sicherlich mitbekommen haben. Es war jetzt erst am 23. November. Er war 37 Jahre alt. Soweit ich das verstanden habe, soweit ich das aus den verschiedenen Social-Media-Posts rauslesen konnte, war es anscheinend ein Herzinfarkt. Ging wohl sehr überraschend und schnell. Und war eine ziemliche Erschütterung, so wie ich das wahrgenommen habe, für die deutsche Comic-Landschaft. Und das war für mich persönlich sehr interessant, auch zu sehen, was für eine Resonanz da über die Social-Media-Plattformen ging. Heute habe ich jetzt auch gesehen, es gibt einen Wikipedia-Eintrag zu Ralf Niese, den es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen noch nicht gab, meines Wissens. Ralf Niese war ein Zeichner aus Leipzig, der, soweit ich das verstanden habe, auch jetzt auch immer noch in Leipzig gelebt hatte. Und dessen Werk ich kennengelernt habe vor vier Jahren beim Comics-Salon 2016, am letzten Tag, am Sonntag, habe ich mich irgendwie nochmal mit Bela Sobotke getroffen. Und er kam da irgendwie und erzählte eben, dass er gerade bei Ralf Niese am Stand war. Und Ralf Niese hatte in dem Jahr so einen Alf-Comic gemacht, Maximo Problemo, wenn ich mich recht entsinne. Und Bela kam mit einer Begeisterung irgendwie mit diesem selbst kopierten, getackerten, wenn es überhaupt getackert war, vielleicht waren es sogar noch Einzelblätter, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie war es so ein unfertiges Ding. Und erzählte eben ja, dass Ralf Niese irgendwie dieses coole Alf-Ding da dabei hat und so. Und das fand ich auch spannend und ich habe mir den Namen dann auch gemerkt. Aber es war so Sonntag, letzter Tag, war eh schon vollkommen im Eimer und war irgendwie nicht mehr fähig zu sagen, okay, schaue ich mir jetzt irgendwie auch noch an, jetzt gucke ich mal, wer dieser Ralf Niese ist und was der so macht. Habe mich dann im Nachgang nach dem Comics-Salon mit seinen Sachen beschäftigt und war dann total begeistert. Er war dann sofort Fan geworden, war sehr stark, ja, von seiner Kunst beeinflusst von Palp und Abenteuer und Horror und ein bisschen trashig. Ich weiß nicht, wie er zu dem Begriff Trash stand. Ich weiß, Bela mag den Begriff nicht. Aber was so landläufig irgendwie ein bisschen als Trash-Kunst und Trash-Kultur bezeichnet wird. Und ja, was ich da gesehen habe, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es einen wahnsinnig tollen Illustrationsstil. Habe dann auch rausgefunden, dass er auch für so Independent Action-Figuren oder Sammelfiguren-Designs gemacht hat und sehr, sehr umtriebig war. Nicht nur im Comic-Bereich, sondern generell Illustrationen, Malerei und auch international. Also er hatte mit Alexis Sirrit, einem Zeichner in Amerika, zusammen den, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Verlag war, Fistful Fumetti jedenfalls gegründet und auch verschiedene Figuren kreiert. Alexis Sirrit hat die Science-Fiction-Reihe Space Riders gezeichnet. Da hat Niese auch irgendwie ein Cover für gemacht und hatte auch bei Image irgendwie ein paar Sachen veröffentlicht und war irgendwie so ein, wirkt so, als es war so ein Hans Dampf in allen Gassen, der sehr, sehr viel einfach so sein Independent eigenes Ding gemacht hat. Aber auch über die Landesgrenzen hinaus von Leuten, die sich da so auskennen in so einem Eck, auch wirklich geschätzt wurde. Also ich fand es auch sehr interessant zu sehen, wer da so auch international auf Social Media dazu dann auch gepostet hat. Also zumindest das bisschen, was ich auch sehen konnte. Ich habe dieses Jahr, also ich habe es dann, die Geschichte geht so weiter, dass ich es auch nicht geschafft habe, Ralf Niese dann irgendwann mal zu treffen. Nachdem ich dann 2016 eben seine Kunst mir angeschaut habe, war ich, habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich 2016 dann nicht mehr hingegangen bin und habe mich dann zwei Jahre lang drauf gefreut. Also wirklich, ich habe wirklich zwei Jahre lang, habe ich mich darauf gefreut. Das war wirklich so ein Ziel von mir. Cool, 2018 Comic-Song, treffe ich endlich Ralf Niese. Und bin dann am ersten Tag und ich wusste, dass der mit 2016 mit Buddelfish zusammen irgendwie auch einen Tisch hatte und bei denen auch irgendwie ein bisschen mitarbeitet und was veröffentlicht hat. Und dann bin ich am ersten Tag, also direkt zu Buddelfish hin und habe dann gefragt, wann denn Ralf Niese kommt. Und dann sagt er mir, der kommt dieses Jahr gar nicht. Ja, okay, cool. Also 2018 Chance verpasst. Und dann war es also klar, okay, 2020 ist es dann soweit. Und ich habe dann, glaube ich, auch irgendwie auf Instagram oder so mal was gepostet und so mal was oder bei ihm was kommentiert. Und er meinte auch, ja, also 2020 kommt er dann wieder nach Erlangen. Und dann kam die Pandemie ums Eck und der Comic-Salon ist ausgefallen. Also fand das also auch nicht statt. Und dann habe ich irgendwann gesehen, dass er auf Instagram gepostet hatte, dass er, ja, nachdem mir die ganzen Messen ausfallen und so und dementsprechend auch die Verkäufe auf Messen ausfallen, dass er, dass man ihm halt quasi eine Nachricht schreiben soll und hat Bilder gepostet, was er momentan alles zu verkaufen hat an Büchern und an Drucken und so. Und da habe ich ihm dann geschrieben und habe dann einfach mal alle Hefte, also ich hatte ein Heft von ihm, das ich dann, also Buddlefish 2018, er war zwar nicht da, aber sie hatten ein Heft von ihm und das habe ich damals gekauft. Und ich hatte dann irgendwann mal online diesen Time-Travelers-Kalender, Time-Traveler, Young-Time-Traveler-Kalender bestellt. Aber sonst war es irgendwie nicht so leicht, an seine Hefte ranzukommen, weil viel im Selbstverlag, viel immer nur in Kleinauflagen, hatte Schwierigkeiten, Sachen von ihm zu finden. Mein Freund David in den USA hatte immerhin zwei Hefte von ihm, ich hatte nur eins, weil irgendwann auch mal, auch so ein kleiner Indie-Verlag, Greg and Fake, die hatten mal gepostet, dass sie, das war entweder New York Comic Con oder C2E2 in Chicago, dass sie dort sind und dass sie eben auch Sachen von Ralf Niese haben. Und ich wusste, David ist auf der Convention und habe gesagt, hier, geh da mal hin und hol dir das Zeug von Ralf Niese. Und das hat er dann auch getan, als ich den letztes Jahr besucht habe in Indiana, konnte ich also Ralf Niese Comics sehen, die ich selber vorher noch nicht herkriegen konnte. Jedenfalls habe ich dann bei ihm alle Hefte bestellt, die er da so angeboten hat. Und dann hat er auch gesagt, naja, weil das ja quasi so der Ersatz für Convention ist, gibt es auch noch eine Convention-Zeichnung mit dazu und ich soll mir irgendwie was wünschen, ein Thema oder irgendwie sowas. Und dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann irgendwann kam das Zeug dann und er hat diese unglaublich, also diese wahnwitzig detaillierte Zeichnung dann da auch gemacht und mitgeschickt. Also das ist jenseits von allem, was vernünftig ist, irgendwie so, was man normalerweise auf einer Convention zeichnen würde. Also das, was er da, und ich war da nicht der Einzige, also ich glaube, er hat für andere das auch so gemacht. Also allein dafür hätte man, glaube ich, schon gutes Geld verlangen können, aber er hat es quasi so als gratis Reingabe einfach nur zu den Comics mitgegeben. Ich habe jetzt diese Woche dann mal so den ganzen Stapel nochmal durchgelesen, den ich da jetzt von ihm hatte. Das eine ist ein Comic namens Sculp, den er für Morlock Dilemma gemacht hat. Morlock Dilemma ist ein Rapper aus Leipzig, der, beziehungsweise Morlock Dilemma ist quasi so das alter Ego dieses Herren, der auch, ja, immer so eine bestimmte Figur eben hat auf seinen Albencovern und auch in seinen Videos und so und für den Ralf Niese eben auch immer wieder Designs gemacht hat. Ich glaube, auch so eine Actionfigur designt hat, die es dann, oder mehrere sogar, die es dann so zu den Vinylalben irgendwie limitiert mitgabe und so. Und es gibt eben auch, also mindestens einen Comic. Ich glaube, der Text ist wahrscheinlich einfach aus einem Morlock Dilemma Song genommen und ist eben auch so eine sehr palpige Abenteuergeschichte mit Blut und Gore und Gewalt in dieser Farbpalette, die Ralf Niese anscheinend auch mal so sehr, ja, die es so auch erkennbar macht, finde ich. Also das war schon mal ganz cool. Dann habe ich hier Tales of Barbaras. Das wiederum ist ein Comic zu eben einer dieser Design-Sammlerfiguren-Geschichten, die er gemacht hat. Also das, glaube ich, ein amerikanischer Mensch, dessen Namen ich hier bestimmt auch gleich finde, der so Vinyl-Sammlerfiguren auch so ein bisschen Fantasy und skurril macht. Und, ah ja, klar, Story, James Sizemore, das ist dann der Mensch und Kunst von Ralf Niese. Und eben, ja, zu dieser Figur eben auch einen Comic gemacht hat. Das ist auch schon sehr, sehr derb. Also da geht es auch sexuell derb daher. Das ist nichts, nichts für Kinder. Dann habe ich hier noch Polychronos. Das ist auch, ja, ich bleibe dabei, auch wieder so eine Palp-Geschichte, ein bisschen mit Gewalt und Sex und anderen Figuren, die er sich ausgedacht hat. Meccano Turbo, das ist eben dieser allererste Mini-Comic, den ich da das erste Mal bei Buddlefish auch mitgenommen habe. Genauso wieder auch Palp-Gewalt-Action-Geschichte mit Sex, aber alles auch immer mit Humor. Und dann noch die Sammlung Squint, wo verschiedene Kurzgeschichten und aber auch einseitige Illustrationen sehr viele drin sind. Das ist so ein Sammelband. Da sind einerseits so Illustrationen, die eben in diesem Young Time Travelers Kalender auch drin waren, sind hier nachgedruckt. Und Kurzgeschichten aus dem Ralf-Niese-Universum von verschiedenen Figuren und auch immer so ein bisschen so ein einleitender Text zu den jeweiligen Figuren von ihm. Das war auch eine sehr schöne Sammlung. Viele dieser Geschichten enden auch irgendwie so ein bisschen offen. Also es wirkt alles so, als hätte er da so eine überbordende Fantasie- und Ideenreichtum gehabt und ganz viele Sachen gemacht, ganz viele Figuren erfunden, so ein eigenes Universum aufgebaut. Aber ja, dann aber auch, ja, nie so, glaube ich, dieses eine so ein großes Ding irgendwie gemacht hat. Und viel Kurzgeschichten, viel Offenes. Aber wie gesagt, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alles. Ja, als die Nachricht da kamen neulich, das war echt so ein Schock. Und lange Zeit, also ich habe das morgens auf Instagram gelesen, hat Tristan Wilder, auch so ein Comiczeichner, der mit Ralf-Niese bekannt war, hatte was gepostet. Und das war aber lange Zeit auch so ungefähr das Einzige, was ich finden konnte. Und das war dann immer ein bisschen so eine unsichtliche Lage. Ich habe dann mit Bela auch geschrieben, weil Bela Ralf-Niese eben auch kannte. Das habe ich ja gesagt. Und es hat sich dann aber nach einigen Stunden dann leider eben bewahrheitet. Und ja, also über die verschiedenen Social-Media-Plattformen konnte man dann auch, ja, so echte Bestätigungen finden, dass es leider tatsächlich wahr ist. Also im Nachgang gab es einige sehr schöne, persönliche Nachruftexte von verschiedenen Leuten. Also Bela wurde vom Tagesspiegel angefragt, da was zu schreiben. Da gibt es einen sehr schönen Text, wo Bela nochmal so die komplette Geschichte, wie er und Ralf sich kennengelernt haben und wie die eine Zeit lang auch zusammen Sachen gemacht haben oder zumindest sich gegenseitig abgedatet haben. Schwavel hatte für die Leipziger Volkszeitung was geschrieben. Ralf Niese als 16-Jähriger hat so seine ersten Sachen bei extrem erfolgreich Enterprises rausgebracht, dem Comic-Verlag von Bela B. Und Schwavel, den es mal kurzzeitig gab. Und ja, Schwavel auch ein Leipziger, hat da also was geschrieben. David Fülecki hat auf Facebook was sehr Schönes geschrieben, was der Patik uns geschickt hatte. Und Tristan Wilder, habe ich auch gesehen, hat auf Instagram daneben auch nochmal eine recht lange Sache geschrieben. Und sicherlich sind auch ganz viele andere eben auch noch draußen. Also ich habe sehr viele persönliche Sachen gefunden. Und das Erstaunlichste war wirklich so, wie ich, also ich habe mich jetzt vier Jahre lang irgendwie mit Ralf Niese beschäftigt und immer wieder auch mal recherchiert und immer wieder geguckt, finde ich irgendwo Bücher von ihm, finde ich was, über ihn und so. Und nach seinem Tod hat sich plötzlich so ein viel größeres Bild ergeben, weil eben ja viele Leute was erzählt haben über ihn. Und da wurde plötzlich so klar, wer alles Fan ist von Ralf Niese und wer alles auch persönliche Connections irgendwie zu ihm hatte und dazu was erzählen konnte. Und es ist sehr, sehr, sehr schade, dass es natürlich jetzt erst durch seinen Tod so wurde. Jemand hatte das, ich glaube, Sarah Burini war das vielleicht, die das auf Twitter geschrieben hat, die auch gesagt hat, dass es irgendwie auch so für deutsche Comic-Landschaft ein bisschen bezeichnet ist, dass jetzt mit seinem Tod plötzlich ganz viele Menschen auch erst überhaupt wissen, dass es den Menschen überhaupt gab und das erste Mal auch mit seiner Kunst in Berührung kommen. Und ich habe auch in so amerikanischen Facebook-Comic-Gruppen eben auch Kommentare gesehen von Leuten. Oh Gott, ich habe heute das erste Mal seine Sachen gesehen und sie sind ja total großartig und warum kannten wir den noch nicht? Also ich glaube, da ist wirklich einer leider von uns gegangen, der ein absoluter künstlerischer Freigeist war, komplett seine Sache gemacht hat und die aber hervorragend und auch mit einer eigenen Handschrift und einem eigenen Stil und da eine Marke gesetzt hat, die ja kein anderer irgendwie so kopieren kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Verlust. Also so schön es ist, dass jetzt halt mehr Leute aufmerksam geworden sind auf Ralf Niese und seine Kunst, ist das natürlich vollkommen der falsche Anleis irgendwie für so etwas. Der Name gerade wieder nicht mehr von Quimby, Jörg irgendwas. Utgerath? Nee, der fällt mir auch immer als erstes ein. Aber nee. Jörg Fassbender, sorry. Fassbender, genau, ja, danke dir. Der hatte auf Twitter auch geschrieben, dass er wohl Ralf Niese auch mehrfach angeboten hatte, dass er quasi so einfach, ja, ihn, also finanziell unterstützt beim Druck von Comics in dem Sinne, dass er einfach vorab ihm eine gewisse Auflage abkauft und Niese damit dann einfach mit dem Geld dann einfach auch drucken kann. Und der hat das aber immer abgelehnt. Also der wollte wohl immer so sehr independent bleiben, wirklich so sein eigenes Ding machen, vollkommen unabhängig von allem. Und das ist bewundernswert. Aber leider, wie gesagt, ist es eben auch dadurch für mich zumindest die letzten vier Jahre schwer gewesen, an Sachen von ihm ranzukommen. Ich bin froh, dass ich jetzt dieses Jahr die Gelegenheit hatte, da einige Sachen zu kriegen. Aber ich wäre natürlich noch froher gewesen, wenn er die Gelegenheit gehabt hätte, noch mehr zu machen und in Zukunft noch mehr auch zu verkaufen. Und ja, wir uns auf Conventions irgendwann alle hätten wiedersehen können. Ihr wart bisher ja auch nicht so firm mit Ralf Nieses Werk. Ich glaube, ihr habt es euch dann auch ein bisschen angeschaut. Patrick, welchen Eindruck hast du denn so bekommen? Ich habe es ähnlich wie viele bereut, dass ich den bis zu seiner Todesmeldung nicht so wirklich auf den Schirm hatte, obwohl er tatsächlich einiges an richtig coolen Artwork gezeichnet hat, das mir auch richtig gut gefällt. Schon allein dieses Turtles-Artwork, das dann David Fulecki dann bei seinem Nachruf gepostet hat, das zeigt ja schon, wie sehr er diesen palpigen Stil imitieren kann. Ich wäre gern früher auf ihn gestoßen und hätte das ihm auch irgendwie gerne persönlich gesagt, was er denn für cooles Zeug macht. Ich finde das wirklich sehr, sehr schade. Breedstorm, was war dein Eindruck? Ja, ging mir ähnlich. Ich hatte überhaupt keine Berührung. Und eigentlich interessiere ich mich gerade für deutsche Zeichner eigentlich schon sehr. Und durch Erlangen, München und andere Festivals kommt man ja auch mit vielen in Berührung, aber leider ist es nie dazu gekommen. Also da wäre es definitiv jetzt mal Zeit für so eine Art Best-of-Band oder sowas, dass man das wirklich einer breiteren Masse auch zur Verfügung stellen könnte. Zum Beispiel Berger Sam, so Best-of-Filecki und dann Best-of-Ralf-Niese nachreichen. Das wäre jetzt vielleicht mal eine Maßnahme. Ja. Ja, gut, das ist natürlich so. Das wäre natürlich schön, wenn es da irgendwie noch eine größere Auflage von seinen Sachen geben könnte. Aber ich denke mal, die Hinterbliebenen haben jetzt momentan auch erst mal mit anderen Sachen zu tun, als sich um sowas zu kümmern. Es gibt ja noch ein paar Leute, die sagen, ein paar Projekte, die sie mit Ralf-Niese angefangen haben, die werden sie jetzt in seinem Geiste versuchen, zu Ende zu führen. Vielleicht werden sie da als Bonus-Material noch alte Storys von ihm mitdrucken. Hoffe ich zumindest. Das ist auch was, was ich dann irgendwie auf Social Media gesehen habe, dass Tim Seeley, der Typ, der Hack Slash gemacht hat in den USA, der hat dann auch geschrieben, dass er erst vor kurzem wieder mit Ralf Kontakt hatte, weil die auch zusammen schon länger irgendwie ein Projekt machen wollten und Ralf sich da wieder bei ihm gemeldet hat, um das irgendwie voranzutreiben. Rico Renzi hatte was gepostet, David Rubin hatte was gepostet, gut, Alexis Siritz sowieso. Also das war wirklich auch spannend zu sehen. Gut, mittlerweile weiß ich eben auch, dass er auch schon vor vielen Jahren einige Sachen in den USA auch veröffentlicht hat. Es gab bei Image mal diese Pop-Gun-Anthologie mit Kurzgeschichten. Da habe ich den ersten Band hier, da hatte er wohl was im zweiten Band und hatte noch bei irgendeiner anderen Image-Sache irgendwas gemacht und so. Ja, also auch hier ähnlich wie bei Richard Corbin, der Aufruf, wenn Zuhörerinnen sich noch nicht mit Ralf Niese beschäftigt haben, googelt das mal, schaut euch da mal Bilder an. Sein Instagram-Account ist immer noch öffentlich auch zugänglich. Da hat er in den letzten Jahren auch wieder mehr gepostet. Da ist einiges an Bildern von ihm zu sehen und dann, wie gesagt, diese verschiedenen Nachrufe, die man auch finden kann. Und jetzt mittlerweile eben auch dieser Wikipedia-Artikel, der das auch alles nochmal zusammenfasst. Das ist ein ganz guter Ausgangspunkt. Also ich glaube, von uns dreien eine dringende Empfehlung. Das ist ein Comic-Künstler, den es jetzt wahrscheinlich posthum für die meisten erst noch so richtig zu entdecken gilt. Okay, schließen wir damit erstmal ab, machen weiter mit dem ersten Thema von Patrick. Stell uns du mal den ersten Comic vor, den du heute mitgebracht hast. Okay, wenn wir jetzt schon so mit deutschen Künstlern angefangen haben, dann stelle ich tatsächlich erstmal Bountilus Band 2. Bountilus Band 3 ist das, aber der Kalamari-Kult Teil 2. Wurde bei dem Kult-Verlag, also bei Kult-Comics veröffentlicht. Ist eine Science-Fiction-Serie, die von Andi Papelitzki geschrieben wurde. Jede Band, also jeder Hardcover-Band hat einen Buchstaben von B bis zum S wird es gehen. Könnte also durchaus noch sein, dass da locker noch sechs Bände nachkommen. Würde ich hoffen. Aber ich rede jetzt erstmal über diesen zweiten Band. Es geht darum, dass in einer Galaxie, da erhält ein Oktopus eine ganze Galaxie mit seinen Armen fest. Also ähnlich wie Great Atuin bei Scheibenwelten oder dass es hier eben so ein Cthulhu-artiger Oktopus ist. Und er merkt, dass er so ein bisschen überlastet ist mit diesen ganzen Planeten. Deswegen will man überlegen, von welchen Planeten der vielen könnte man sich denn trennen. Und dann müssen unsere sechs Hauptdarsteller aber überwiegend Käpt'n Nihil und sein Begleiter Quattro. Quattro ist eigentlich ein Oktopus, aber er hat nur vier Arme. Deswegen ist es ein Quattropus. Das gilt bei seiner Rasse als Behinderung. Er hat diesen kleinen Kalamadern trotzdem aufgenommen und als treuen Begleiter quasi hinzugefügt. Und auf dieser Reise wird er dann noch begleitet von der Band Abron. Abron war eine Band, bei der war auch Andi Papelitzki eine Zeit lang Mitglied. Da hat er Cover beigestaltet, hat so ein bisschen an den Texten mitgewirkt. Die begleiten sie und die müssen dann herausfinden, welcher von diesen elf Planeten, glaube ich, war es, ist jetzt entbehrlich bei dem Oktopus. Welchen Planeten können die abschaffen? Das ist eigentlich ein sehr düsteres, tragisches Thema. Zum Glück ist das aber nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick klingt. Wir reisen dadurch auf viele skurrile Planeten und man hat dann so eine Art To-Do-Liste, wo sie dann unterschiedliche Punkte abparken. Also so eine Art Kartallkartensystem. Ja, ist dieser Planet entbehrlich? Und wer stimmt dafür? Und auf jeden Planeten entdecken sie irgendwie in bester Star Trek-Manier. Irgendwie ist es das doch nicht wert, einen Planeten zu opfern. Obwohl das Recht einiger wenige nicht dem Recht von vielen im Weg stehen sollte, wie man es aus Star Trek vielleicht kennt. Dieser Stil von Andi Papelitzki ist so eine Mischung aus Tim Burton-Stil und seinem eigenen leicht cartoonigen, schrulligen Stil. Dadurch macht das Ganze eben deutlich mehr Spaß, als es durch das tragische Thema erstmal klingen mag. So eine humoreske Geschichte? Es ist eine humoreske Geschichte, ja. Einer dieser Planeten-Insassen hat auch einen bayerischen Akzent, hat zwar ein paar Tentakeln, aber auch so ein Wolpertinger-Geweih. Und betreibt eine Kneipe mit bestem bayerischem Bier. Oder man hat einen Planeten, da wollen sie einen aufs Optimum quasi trainieren. Und wenn du denkst, du willst acht Arme haben, dann kriegst du das durch genug Training. Du hast Alf, der will dann auf einmal Veganer werden und hat dann eine Katze in seinen Armen. Und solche lustigen Details, die Andi da immer wieder einbaut. Und er baut auch sehr viele Verweise auch auf die deutsche Independence-Comic-Szene ein. Also da kann man wirklich schöne Sachen und Details entdecken. Deswegen hoffe ich tatsächlich, dass die da noch die sechs Bände nachschieben. Also die Buchstaben N bis S da von Bountilus. Dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ich bin mit seinem Werk vollkommen unvertraut. Breedstorm, wie kennst du dich da aus? Nicht besonders gut. Ich glaube, er hat uns mal ein Rezensionsexemplar geschickt. Das hat allerdings der Steffen seinerzeit belastet. Es ist tatsächlich auch eher Steffens Stil gewesen. Also mich hat es nicht ganz so begeistert, weil dieser Zeichenstil einfach nicht meins ist. Ich habe aber gesehen, dass er das Ganze mit sehr viel Herzblut auch bei anderen an den Mann gebracht hat. Und also die Spielfreude hatte. Er hat auch tatsächlich so ein paar Cover für den Tele-Stammtisch gezeichnet. Also er ist ein sehr filmbegeisterter Mensch. Und wenn ihn was inspiriert, dann zeichnet er für manche Podcasts dann auch mit seinem Stil so seine unverkennbaren Cover. Dadurch habe ich halt einen anderen Berührungspunkt als du jetzt zum Beispiel. Ja. Auf Social Media habe ich seine Sachen natürlich auch schon gesehen. Aber ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Comic von ihm in der Hand gehabt. Und deswegen kann ich da leider auch sehr wenig dazu sagen. Aber Bounty-Lust, der Kalamari-Kult, wie es klingt, eine Empfehlung von Patrick. Und wie es klingt auch generell, die Andi-Papelitzki-Sachen. Vor allem für Leute, die Science-Fiction mögen und da mal so einen anderen Drive drin haben wollen. Können da gerne mal einen Blick drauf werfen. Kriegt man das normal im Handel oder muss man das irgendwie bei ihm bestellen? Man kriegt das im Handel, man kann es aber natürlich auch bei ihm bestellen. Also das T3 wird da auch so ein paar Exemplare kriegen. Und er hat auch für das Jubiläumsheft vom T3, also zum 25. jährigen Jubiläum vom T3, hat der eine Story dabei gesteuert. Bei diesem Heft, dass man da, wenn man es ins T3 kriegt, geschenkt bekommt. Gut, also wer in Frankfurt ist, das können wir noch dazu sagen. Ich glaube, nicht die komplette Hörerschaft sitzt in Frankfurt. Ich tue es ja auch nicht. Aber ja, T3-Comic-Laden in Frankfurt. Genau, oder eben danach fragen. Er wird auch jetzt ein paar Exemplare zugeschickt kriegen. Alles klar. Cool, dann Breedstorm. Mach doch mal weiter mit deinem ersten Band. Ja, was schon sehr, sehr alt ist. Die Entdeckung der Currywurst, gezeichnet von Isabel Kreitz nach einem Roman von Uwe Thimm aus dem Jahr 1996. Meine Güte. Ich habe ihn jetzt erst gelesen. Obwohl ich Isabel Kreitz ja schon längere Zeit ganz gern mag. Die Sache mit Sorge habe ich gelesen. Da geht es um einen russischen Spion in Tokio zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Der, ja, die Operation Barbarossa, also den Überfall auf die Sowjetunion verraten möchte. Und es wird ihm leider nicht geglaubt. Oder auch Hamann über den Vampir von Hannover. Also das ist ein Serienmörder. Und so war es klar, dass ich auch die Entdeckung der Currywurst haben wollte. Das war ein bisschen mit Hindernissen gespickt, diesen zu bekommen. Zu der Zeit, wo ich den haben wollte, war er überall vergriffen. Ich wollte ihn gebraucht bestellen bei einem bekannten Gebraucht-Medienportal. Und die haben mir dann einfach mal versehentlich den Roman dazu geschickt. Okay, ich musste ihn dann nicht bezahlen, aber tatsächlich hatte ich ihn auch noch nicht gelesen. Und vor kurzem habe ich dann doch mal günstig geschossen, weil es jetzt anscheinend wieder mehr Exemplare davon gibt. Die Entdeckung der Currywurst. Ursprünglich erschienen 1996 und es wurde dann nochmal 2005 etc. nochmal wieder gedruckt. Isabel Kreitz ist ja schon sehr lange eine Bekannte, ist auch mannigfaltig ausgezeichnet worden in Deutschland. Ja, die Geschichte geht dann tatsächlich um die Entdeckung der Currywurst. Und zwar spielt er auf verschiedenen Zeitebenen, beginnt mit so einem Hamburger Studenten, der in seinem Studium, während er noch schön lange Haare hat und einen schönen Wollpulli trägt, alle Klischees vertreten, in seiner Heimatstadt zurückkommt und einfach die Currywurstbude seiner Jugend wieder aufsucht. Und die alte Dame, die da drin ist, die erzählt ihm dann irgendwann, dass sie ja eigentlich die Currywurst entdeckt hat. Also es kann ja nur sie gewesen sein. Und im späteren Leben, als die Haare dann ab sind und er auch um einiges gealtert ist, versucht er wieder zu ihr zu kommen, versucht in seiner alten Stadt wieder die berühmte Currywurst von der Dame zu essen. Aber sie ist nicht mehr da, aber er schafft es, sie ausfindig zu machen in einem Altersheim. Und da entspinnt sich dann die Lebensgeschichte der Dame, die dann berichtet, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg die Currywurst entdeckt hat. Und das ist eine Geschichte gleichzeitig von dem Ende von Nazi-Deutschland, von der Besetzung durch die Alliierten und eben auch dann letztendlich die Entdeckung von der Currywurst. Aber letztendlich ist es mit der Currywurst, so interessant das Thema auch sein mag, eigentlich nur ein Vehikel für diese Lebensgeschichte. Die halt davon zeugt, wie Deutschland in Trümmern liegt, wie es dauernd bombardiert wird, wie es Leute gibt, die noch durchhalten wollen, obwohl die meisten schon überhaupt keinen Bock mehr logischerweise haben auf Krieg. Wie überzeugte Nazis dann nach dem Krieg natürlich sagen, sie haben von nichts gewusst und sich versuchen in das Geschäftsleben ganz normal zu integrieren von geflüchteten Soldaten, die also fadenflüchtig wurden, von denen sie auch einen zu Hause versteckt und wie es dann dazu kam, dass die Currywurst entdeckt wurde. Das hat viel auch mit Schwarzmarkt zu tun und ja, also rundum gelungen würde ich sagen, das ganze Ding ist typisch Isabel Kreitz, ist schwarz-weiß gehalten, die Zeichnungen, wie auch bei Hamann und die Sache mit Sorge. Sie hat ja so einen gewissen Stil, die Menschen zu zeichnen, so leicht leicht eckige Köpfe, die Augen sind besonders betont, sehr oft die Augen auch ohne, dass die Augäpfel dunkel gehalten sind, sondern sie sind sehr weiß, was eine ganz besondere Atmosphäre macht und auch sehr, sehr, sehr viel Schwarz auf den Zeichnungen. Und ich wünschte nur, die Ausgabe von Ehrhaber, die ich habe, wäre ein bisschen größer gehalten, dass man ein bisschen mehr Details sehen könnte. Das hätte hier für mich einen Mehrwert gehabt, wenn es einfach wirklich DIN A4 gewesen wäre, so ist es etwas größer als DIN A5 halt leider nur. Und ja, sehr viele Zeichnungen natürlich auch in Anlehnung an die, an Fotos, die sie offenbar verwendet halt als Referenzen vom zerstörten Hamburg, vom zerbombten Hamburg. Und da kann ich jetzt natürlich als Nicht-Hamburger nicht so viel mit anfangen. Also ich war schon in Hamburg, aber da kann ich jetzt keine besondere Atmosphäre rausziehen, weil ich die Originalschauplätze oder wie sie jetzt oder wie sie möglicherweise damals ausgesehen haben, nicht zuordnen kann. Aber vieles von dem, was in dem Buch erklärt wird, gibt es im Anhang, wo nochmal alles Mögliche beschrieben wird. Recht ausführlich, wie das mit dem Schwarzmarkt war, wie die Stunde Null in Hamburg passiert ist, was sich alles ereignet hat. Dass es Leute gab, die wie gesagt bis zum Ende kämpfen wollten, die noch Kinder und Rentner mit der Operation Wehrwolf irgendwie an die Front schicken wollten, obwohl im Prinzip schon alles verloren war. Und da wird sehr, sehr intensiv drauf eingegangen und das macht den Band zum wirklich sehr interessanten geschichtlichen Werk auch, das ich eigentlich auch nur jedem empfehlen kann. Ja, wenn man so ein Fable für diese Zeit hat, also sie selber hat ja sehr oft diese Zeit, also die Sache mit Zorg ist ja auch 40er, Hamann ein bisschen früher angesiedelt. Also da hat sie ein Fable für und wer auch ein Fable dafür hat und wen es halt nicht stört, dass die Zeichnungen nicht schön bunty-bunty sind, sondern wirklich sehr düster und ja, also wenn du einen Schwarz-Weiß-Film hättest und du würdest ihn einfach noch dunkler machen, dann würde es so aussehen wie hier, ja, dann würde es genauso aussehen. Da gibt es auch dazu auch einen Film, wenn ich mich nicht täusche. Einen Kinofilm gibt es auch dazu, ja, aber auch den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich bin ein Freund der wahren Lehre, nur der Comic kann es sein. Nur das gedruckte Bild ist die wahre Lehre, verstehe. Patrick, wie vertraut bist du mit dem Werk von Isabel Kreitz? Leider gar nicht. Was ich hier höre, klingt aber dann ziemlich interessant, würde ich wahrscheinlich, wenn es ein bisschen preisreduziert ist, tatsächlich zugreifen und lesen. Also Interesse ist schon mal geweckt. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, Isabel Kreitz ist eine Person, die ich auch seit den 90ern auch auf dem Schirm habe. Ich erinnere mich auch noch, wie Entdeckung der Keriburst ursprünglich veröffentlicht wurde. Das Ding auch immer schon mal in der Hand gehabt. Dann später gab es bei, ja, war so eine Kooperation zwischen Carlsen und Zwerchfell. Gab es so eine sechsteilige Heftreihe über Mabuse mit Isabel Kreitz, Eckhard Breitschow und Stefan Dinter haben das gemacht. Und das war so eine Koop zwischen Zwerchfell und Carlsen. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, dass ich wirklich schon mal irgendeinen Langcomic von ihr gelesen habe. Aber das ist auch so ein Projekt, das bei mir jetzt so ein Leihbibliotheksprojekt ist. Also Zuhörer wissen, ich bin in den letzten Monaten öfter mal in der Stadtbibliothek gewesen und Comics ausgeliehen. Und tatsächlich, als ich das letzte Mal dort war, war auch ein Kreizcomic in der engen Auswahl. Ich habe ihn dann in dem Moment noch nicht mitgenommen. Ich weiß gerade, bin mir nicht mal mehr sicher, welcher Band es überhaupt war von ihr. Aber die haben da diverse von ihr. Sie hat ja auch diese Erich-Kerstner-Adoption gemacht, die ich sehr charmant finde. Und da, wenn wir mal wieder in Stadtbibliotheken gehen können, jetzt aktuell ist es nicht möglich, hat alles zu, dann werde ich auch mal meine Isabel Kreitz-Leselücke füllen müssen. Sehr schön, dass du uns da auch den Anstoß dazu nochmal gegeben hast. Und Patrick, wenn du mal in einer Leihbibliothek vorbeikommst, Isabel Kreitz ist, glaube ich, auch so eine, die gerne in Leihbibliotheken steht. Die ist literarisch, das kann man gut in der Bücherei stehen haben. Da werde ich tatsächlich mal die Stadtbibliothek aufsuchen. Die haben bei uns eben leider sehr viel kinderfreundlichen Content. Ich weiß nicht, ob das da vorhanden sein wird. Und da vielleicht dann die Erich-Kerstner-Adoption. Ja, also mittlerweile, ich habe den Band, glaube ich, für, was weiß ich, vier Euro oder so beim Gebrauchtportal mir besorgt. Also mittlerweile ist es wirklich finanzierbar. Im Vergleich zu damals, wo ich es holen wollte, ist es wirklich geil. Und das kann man sich auch sehr schön ins Regal stellen. Okay, da hältst du die Augen an. Dann machen wir doch mal mit vergriffenen Comics von 1996 weiter. Also wir scheinen ja doch mal wieder aus Versehen ein Thema zu haben. Es ist 1996. Alle Comics sind weg und keiner freut. Ich bin gerade mal zehn Jahre alt, super. Ich mache gerade Abi und Comics habe ich keine Zeit für. Du bist also nicht durchgefallen wie ich, weil ich habe dann erst ein Jahr später Abi gemacht. Ja, ich würde sagen, es war knapp. Ja, in der zehnten Klasse war es bei mir dann eben nicht mehr knapp. Da musste ich dann wiederholen. Deswegen habe ich dann erst 1997 Abi gemacht. Ich habe den Comic vielleicht auch erst 1998 gekauft. Ich habe ihn mir zumindest 1998 signieren lassen. Das weiß ich. Lovecraft von Reinhard Kleist und Roland Hüwe. Ausgezeichnet mit dem Max von Moritz Preis 1996 auf dem Comics von Erlangen. Wie mir der Aufkleber auf diesem Comic sagt, den ich hier in der Hand habe. Ist ursprünglich erschienen oder ist erschienen damals bei Face Comics unter dem Sublabel Face Focus und ist, soweit ich weiß, schon richtig lange nicht mehr aufgelegt sogar. Was ein bisschen verwunderlich ist eigentlich bei der Popularität und der Bekanntheit, die Reinhard Kleist mittlerweile genießt, ist es eigentlich etwas verwunderlich, dass überhaupt irgendwas von ihm nicht aufgelegt ist. Es gibt ja mittlerweile auch von Berlin Noir irgendwie eine Gesamtausgabe und so, aber Lovecraft, aus welchen Gründen auch immer, anscheinend schon richtig lange nicht mehr aufgelegt. Also, wie gesagt, Face Focus 1996, Text von Roland Hüwe und Reinhard Kleist, Zeichnungen dann eben von Reinhard Kleist, Lettering von Jörn Krug und Reinhard Kleist. Das Ganze ist, also der Band ist zweigeteilt. Das einmal quasi eine biografische Lovecraft-Geschichte drin und dann ist hinten auch noch eine straighte Adaption einer Lovecraft-Geschichte. Also, der erste Teil basiert auf der Lovecraft-Biografie von Else Break the Camp und der Kurzgeschichte die Aussage des Randolph Carter. Roland Hüwe und Reinhard Kleist vermischen also Biografie und fiktionales Werk von H.P. Lovecraft zu einer, ja, Lovecraftigen, Biografie und aber auch eigen erschaffene Geschichte. Also, die Menschen Reinhard Kleist und Roland Hüwe spielen durchaus auch eine Rolle. Es ist auch ein bisschen Meta mit. Und wie gesagt, hinten dann eine richtige Adaption der Geschichte, die Musik des Erich Zahn durch Reinhard Kleist, die dann auch in einem ganz anderen Stil gehalten ist. Also, diese zweite Geschichte ist schwarz-weiß mit etwas, ja, etwas Rot und noch so leichten Grautönen mit drin. Aber was mich damals besonders aufmerksam gemacht hat auf den Band, war eher der Stil, den Reinhard Kleist hier im ersten Teil pflegt, der doch relativ weit weg ist von dem, wofür er in den letzten Jahren bekannt ist. Er hat ja jetzt doch eigentlich schon lange hauptsächlich, also die Bücher, die er herausbringt, hauptsächlich in einem relativ, ja, einfachen, in Anführungsstrichen, schwarz-weiß-Stil gehalten. Ich glaube, das ging so mit Cash irgendwie los, also die vielen Biografien, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Wahrscheinlich einfach auch aus Zeitgründen, es sind ja doch häufig recht dicke Bände in schwarz-weiß gehalten. Aber ihr kennt vielleicht auch trotzdem Illustrationen, die er gemacht hat, auch bei Cash ja auch schon, also auch seine farbigen Werke oder Cover oder so von ihm. Aber bei Lovecraft ist das Ganze irgendwie alles noch ein bisschen surrealer und experimenteller. Also mich hat es damals schrittweit an Dave McKean erinnert und ich war damals auch schon riesen Dave McKean-Fan, natürlich durch Sandman und die ganzen anderen Sachen, die er mit Neil Gaiman gemacht hat. Und daran hat es mich eben auch erinnert, so diese Ecke, so ein bisschen Bill Sienkiewicz, Baron Story, Dave McKean, Kent Williams, so einen leichten Einschlag auch noch mit drin. Und 1998 hatte er auf dem Comicsalon auch eine Ausstellung, von der ich schwerstens beeindruckt war. Also ich war, erinnere mich noch sehr gut, das habe ich zu ihm dann damals auch gesagt, dass das für mich so die bis dahin beste Ausstellung war, die ich in Erlangen gesehen habe. Also ich war fast jedem Comicsalon, ich habe sicherlich nicht jede Ausstellung gesehen, aber jedenfalls damals war ich schwer beeindruckt und habe mir dann den Band von ihm dann vor Ort eben auch signieren lassen. Ich habe ihn jetzt die Woche nochmal nachgelesen, weil ich gerade so ein bisschen in dem Lovecraft-Thema war und den Band dann im Regal habe stehen sehen und dachte mir, Mensch, den habe ich echt schon lange nicht mehr gelesen, sollte ich einfach mal wieder reingucken. Und fand es wirklich spannend erzählt, was losgeht, so mit dem, mit so reinen Textdialogen zwischen Autor und Zeichner, die sich also unterhalten. Hier, wie stehst denn du zu Lovecraft? Kenne ich so ein bisschen, hier kennst du die Geschichte, machen wir damit was. Und hier wird gerne was Autobiografisches machen. Und das ließe sich doch super mit dieser Randolph-Carter-Geschichte verweben. Und dann geht der eigentliche Comic los. Und der Comic handelt dann eigentlich von der Schöpfung des Comics, dass der Autor, Zeichner diesen Comic machen will und dann bei Randolph-Carter anruft. Jetzt bin ich kurz verwirrt. Jetzt weiß ich mir gar nicht mehr, bei wem er. Weil die Figuren sind dann auch nicht die, die sie scheinen. Deswegen, und das jetzt in der Erinnerung, verwirrt mich jetzt nämlich dann auch schon, wie der Wehner eigentlich anruft und für wen derjenige sich dann aber eigentlich hält. Also einmal Carter, einmal Lovecraft. Und diese Erzählung bildet so die Geschichte, die eigentliche Geschichte, die Lovecraft-Geschichte, die Aussage des Donald Carter wieder. Also es ist quasi eine Adaption und eine Verwebung der Schöpfungsgeschichte des Comics mit der Geschichte, die Aussage des Randolph-Carter und dann noch mit eingewoben biografische Szenen aus dem Leben von Lovecraft. Das finde ich eine sehr gelungene Herangehensweise an einen Lovecraft-Comic. Wenn man eine Biografie über Lovecraft machen will, das dann auch quasi mit dem Werk zu verknüpfen und sich dann selber da auch noch mit reinzubringen. Also hat mir jetzt beim Wiederlesen auch richtig Spaß gemacht. Es ist dann also nicht allzu lang. Also es ist ein klassisches europäisches Albenformat. Aber wie gesagt, hinten ist dann eben auch noch die Adaption der Erich-Zann-Geschichte mit drin. Also das sind auch nochmal einige Seiten. Deswegen ist die eigentliche Lovecraft-Geschichte auch gar nicht so lang. Aber gut, ich meine, Lovecraft hat viele Kurzgeschichten geschrieben. Also das passt dann schon. Wenn man den herkriegt, und ich weiß, der Pattick hat sich den jetzt auch antiquarisch besorgt, den man nicht ganz so günstig zu haben, wie die Entdeckung der Currywurst von Reapstone zu haben war. Leider nicht. Bei Amazon gibt es den für 75 Euro. Ich habe ihn zum Glück für 24 dann geschossen. Also vielleicht findet man auch den irgendwie noch in Leihbüchereien oder so. Oder jemand hat mal Glück und kann den irgendwo antiquarisch auch günstig kriegen. Der hat damals 40 Mark gekostet. Also Fest-Hardcover. Würde ich sehr empfehlen. Vor allem auch, wenn man, also ich habe in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, so in persönlichen Gesprächen zumindest, hauptsächlich mit Zeichnern, die sind alle so ein bisschen kleistüberdrüssig. Das geht mir ja nicht so. Ich mag den immer noch sehr gerne. Aber wenn man, vielleicht auch, wenn man kleistüberdrüssig ist. Eigentlich beides. Wenn man kleist mag und wenn man kleistüberdrüssig ist. Und die Möglichkeit, mal in Lovecraft reinzuschauen, dann sollte man das mal tun, weil man da einen Kleist sieht, den man, glaube ich, schon lange eben so nicht mehr gesehen hat. Also Berlin Noir ist dann, glaube ich, noch so ein bisschen in dem Stil. Ist ja auch noch farbig auf jeden Fall. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gelesen. Das war, kann ich es nicht zu 100 Prozent vergleichen. Das Nächste, was ich dann eigentlich von ihm gelesen hatte, war Fakt, dass er bei Jochen Enterprises rausgebracht hat. Den Verlag gibt es schon lange nicht mehr. Und das kam dann, das war ein Heft, das war eine Heftreihe und kam dann aber als Sammelband nochmal als Fakt 2000 bei einem anderen Verlag raus. Das weiß ich nicht mehr. Und das war dann auch schon so eher realistische Geschichte und Schwarz-Weiß-Stil, wie man es dann jetzt mittlerweile eben auch hauptsächlich von ihm sieht. Und ja gut, Cash war dann sowieso natürlich der große Band, mit dem es dann so richtig losging bei Carlson dann auch, mit den ganzen biografischen Bänden hauptsächlich seitdem. Ja, Lovecraft, Reinhard Kleist, Roland Hüwe bei Feest erschienen. Wenn man mal drankommt, empfehle ich da einen Blick rein. Der Patrick, wie gesagt, hatten sich jetzt geschossen. Der kann uns dann vielleicht auch irgendwann mal noch, du hast ihn aber noch nicht, oder? Ich habe ihn noch nicht. Ja, okay, genau. Leider. Kannst du ja vielleicht mal was dazu sagen. Ich bin da aber tatsächlich sehr gespannt, auch weil ich einen Großteil von Lovecrafts Werk gelesen habe. Der Typ ist ja nicht unumstritten, deswegen jetzt so die erste Frage. Wie kritisch geht das Werk denn mit Lovecraft an sich um? Gut, jetzt ist der Band, wie gesagt, von 1996 und ist ein deutscher Band. Ich glaube, 1996 war die Lovecraft-Diskussion noch nicht so, wie sie jetzt im Jahr 2020 ist oder wie sie auch in den letzten Jahren war. Also es geht ja jetzt schon seit einer ganzen Weile, wo es um den Rassismus von H.P. Lovecraft geht. 2015 wurde, jetzt weiß ich nicht genau, wie der Preis heißt, aber es gibt einen amerikanischen Horror-Literaturpreis, wo die Preisstatue eine Lovecraft-Statue war. Das wurde 2015 geändert, Grund des Rassismus von H.P. Lovecraft. Und wenn man sich heute über Lovecraft unterhält oder jetzt aktuell auch die Lovecraft-Country-Serie, basierend auf dem Buch von Matt Ruff, spielt ja auch mit dem Thema, dann unterhält man sich natürlich auch immer über den Rassismus von H.P. Lovecraft. Wie gesagt, ich glaube, das war Mitte der 90er noch nicht so stark und dann basiert es eben auf dieser Biografie, die L. Sprake oder Sprake, Sprake de Kamp geschrieben hat, die ich jetzt nicht gelesen habe, die in meiner kurzen Recherche aber anscheinend lange Zeit auch so mehr oder minder die einzige große Lovecraft-Biografie war. Also mittlerweile ist S.T. Yoshi irgendwie so der Experte, der da ein Buch nach dem anderen rausbringt. Aber diese Sprake de Kamp-Biografie war eine, die, soweit ich das verstanden habe, eben noch zu einer Zeit entstanden ist, wo, ich weiß gar nicht, eine Autorin, glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, auch noch mit Menschen reden konnten, die Lovecraft noch kannten. Aber ich glaube da, zu dem Zeitpunkt wurde das, glaube ich, so noch nicht diskutiert. Also das ist nichts, was jetzt da drin auftaucht. Also es ist auch, diese biografischen Anteile sind auch wirklich eher so Sprengsel in der ganzen Geschichte. Der Hauptteil oder die Hauptfaszination Faszination ist tatsächlich eher so diese Verquickung aus der Randolph-Carter-Geschichte mit der Schöpfungsgeschichte des Comics. Also wie der Autor des Comics versucht, etwas über Lovecraft zu lernen und dabei selbst in eine Lovecraft-Geschichte sozusagen reingezogen wird, die wiederum eine Spiegelung eben dieser Randolph-Carter-Geschichte ist. Also in diesem Vorwort quasi, in diesem Vordialog zwischen Autor und Zeichner, wo sie sich drüber unterhalten, wie man so einen Comic machen könnte, bringt dann einer eben diese Randolph-Carter-Geschichte auf und fasst die auch kurz zusammen, was in dieser Geschichte passiert. Und das wiederum ist dann quasi das, was dann dem Comic-Schöpfer bei der Recherche zu dem Comic auch passiert, so ungefähr. Also dieses klassische Lovecraft-Thema auch, dass Leute so ein bisschen wahnsinnig werden. Ja, ja, genau. Ich habe den Band tatsächlich schon hier. Ich habe nur gedacht, ich spare mir den für später auf, damit ich so ein paar halbwegs kluge Fragen dazu stellen kann, die ich vielleicht nicht auf den Schirm gehabt hätte, hätte ich den Band jetzt auch schon gelesen. Ja, wenn du ihn gelesen hast, kannst du es gerne nochmal, gerne nochmal eine Meinung dazu auch. Werde ich gerne thematisieren. Ich habe von Reinhard Kleist bisher eben nur drei Bände gelesen, aber die haben mir alle drei ziemlich gut gefallen. Deswegen verstehe ich nicht, wieso man von dem überdrüssig ist. Ich habe Der Boxer gelesen, ich habe Der Traum von Olympia gelesen und die Cash-Biografie. Ich würde nicht sagen, dass er sich da oft kopiert. Er hat so seinen eigenen Stil gefunden. Wenn du das jetzt mit diesen Experimentellen vergleichst, dass eben Lovecraft dann gerechter wird und auch tatsächlich so leichte Dave-McKean-Vibes hat. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich kriege das viel so von anderen Zeichnern und Zeichnerinnen mit. Da geht es dann, glaube ich, viel darum, na ja gut, in Deutschland werden nur Biografien verlegt und verkauft und das große Verlage sich an nichts anderes reintrauen, als an Reinhard Kleist macht wieder eine Biografie und das wird dann eben groß verkauft. Ich glaube, da schwingt da irgendwie sowas mit. Naja. Breedstorm. Genau das nehme ich auch wahr. Also wir haben, glaube ich, vielleicht ein bisschen ähnliche Twitter-Bubble. Oftmals geht es auch um die Auszeichnungen. Auch in persönlichen Gesprächen. Es ist nicht nur Twitter, es ist auch in persönlichen Gesprächen. Also oft geht es ja auch um die Preise, die es zu gewinnen gibt und da ist er ja auch überhäuft worden eigentlich auch, aber nach meinem Begriffen auch zu Recht. Ja, also das ist schade, dass man da nicht ein bisschen mehr gönnen kann. Sag mir noch mal ganz kurz, ist das ein Hardcover oder? Ja. Okay, hörst du das klicken? Ich habe ihn gerade bestellt. Okay, willst du verraten, was du dafür bezahlst? 15,30 Euro. Das ist doch sehr fair. 40 Mark Band. Zustand gut. Also mal gucken, was da ankommt. Das wird wahrscheinlich irgendein Mängelexemplar sein, aber das ist mir dann wert. Also wenn es nur einen Stempel hat oder so als Mängelexemplar, ist das ja auch noch verkraftbar. Also ich glaube, also gerade für einen, was hat es jetzt da mittlerweile, 24 Jahre alten Band, der 40 Mark gekostet hat, sind 15 Euro, glaube ich, vollkommen okay. Vor allem für eine Seltenheit. Der mich vergriffen ist, ja. Ich finde es auch seltsam, dass gerade bei dem Lovecraft-Type das noch nicht neu aufgelegt wurde. Dieses Jahr sind die Lizenzen ausgelaufen, während ich die Pandemie, man hätte sich auf viel mehr Lovecraft-Stories gestürzt. Es war ja auch eine Serie von den Game of Thrones-Machern zu Lovecraft in Planung. Mal sehen, was daraus werden wird. Der Hype ist da und der Name zieht eigentlich komplett. Schade, dass da noch nicht viel passiert ist, aber ich hoffe, dass sie das neu auflegen, um auch mal eine andere Seite ... Ja, mal interessant zu wissen, wo da vielleicht die Rechte liegen und wer sich da drum kümmern könnte, da eine Neuauflage von zu machen. Würde sich, glaube ich, auch lohnen. Vor allem auch, um eine andere Seite von Reinhard Gleis zu zeigen. Ich finde auch, er schneidet viele wichtige Themen an. Deswegen bin ich dem auch nicht überdrüssig. Ich mag seinen Stil. Ja. Ja, du, ich habe ein Reinhard Gleis-Johnny Cash-Tattoo. Ich darf sowieso nichts sagen. Also, ich trage das mit mir. Ja, damit übrigt sich auch meine Frage, wie Breastorm so zu Lovecraft steht. Wenn er sich den Comic jetzt auch bestellt hat, scheint das Interesse nicht furchtbar gering zu sein. Nee, ich finde die Welt interessant. Ich kriege aber sehr wohl auch immer mit, dass es sehr kritisch behandelt wird. Ich bin ja auch so ein bisschen Rollenspiel interessiert, obwohl ich keine Rollenspielrunde habe. Also, falls ihr mich online zu einer Rollenspielrunde einladen wolltet, denke ich, ich stehe zur Verfügung. Da gibt es zum Beispiel auch Rollenspiele, die das thematisieren. Call of Skulu. Aber es gibt auch Achtung, Skulu, wo sich das Ganze mischt mit dem Zweiten Weltkrieg. Also, wo dann die Nazis mal nicht die Wehrwölfe oder die Vampire aufeinander loslassen, sondern wo die dann einen der großen Alten oder sowas beschwören wollen. Und die Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass die Figuren am Ende des Rollenspiels entweder tot sind oder wahnsinnig. Also, das ist sehr oft der Fall. Auch ein Thema, das sich bei Lovecraft durchzieht. Ja. Wir haben bei Eerie International mal eine Runde Lovecraft-Rollenspiel gemacht. Also, ein Freund von uns hatte, der ist auch ein großer Rollenspielinteressierter. Und der hat damals, ich glaube, das war so sein erstes Online-Podcast-Rollenspiel, das er da mit uns gemacht hat. Und da sind wir auch alle wahnsinnig geworden dann. Also, unsere Figuren sind alle wahnsinnig geworden. Es gehört einfach mit dazu. Und der hat dann im Anschluss sein eigenes Podcast-Universum, nur für Rollenspiel-Podcasts. Das ist total geil, aber schweift jetzt halt ab. Ja, ich bin auch bisher recht unbelesen gewesen, was Lovecraft angeht. Und habe jetzt letzte Woche tatsächlich die Call of Cthulhu-Geschichte gelesen und fand die super. Aber seine Beschreibung von fremden Völkern sind halt, also, grenzwertig ist da nicht mehr der richtige Begriff dafür. Das ist weit über grenzwertig hinaus. Also, das kann man, also, wenn man Lovecraft liest, man liest den Rassismus mit. Und das muss man dann tatsächlich auch quasi immer so ein bisschen mitdiskutieren und auch mitdenken. Also, wunderbare Beschreibungen, wunderbare Abenteuergeschichten und wunderbarer Horror, aber eben auch ein Rassismus vom Allerfeinsten. Also, das lässt sich einfach nicht abstreiten. Gerade bei dieser Story ist es ja so, ein Südländer gibt ihm die Hand und er hat Angst, dass er dann deswegen verflucht ist. Das ist schon Hardcore-Rassismus. Man muss da eben den Kontext sehen. Er war auch kurz davor, eine farbige Frau zu heiraten. Also, fast wäre dieser Teufelskreis durchbrochen worden. Und dann hat seine Gluckenmutter da ordentlich dazwischen gefunkt und diese Beziehung ging in die Brüche. Vielleicht hätten wir, wäre das anders gelaufen, auch einen geläuterten Lovecraft erlebt. Ja, ich bin auch, das ist was, wo ich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen will, auch in die Biografie von Lovecraft. Es scheint ja so zu sein, dass er quasi sein Leben lang irgendwie aus seinem Zimmerchen nicht rausgekommen ist und seine Mutter-Einflüsse und was weiß ich für Einflüsse irgendwie halt auch nicht irgendwie aufbrechen konnte durch eigenes Erleben. Aber wollen wir jetzt hier keinen großen Lovecraft-Podcast draus machen? Wir können trotzdem noch drauf verweisen, dass Timo Würz hat so eine Collection zu den Lovecraft-Stories geschrieben und da auch die ein oder andere Zeichnung und das Rückencover beigesteuert. Ja, okay. Ja, Lovecraft-Material gibt's so diverses. Da gibt's nicht zu wenig von, also auch im Comic-Bereich. Ja, also was ich da noch empfehlen möchte, ist Providence von Alan Moore und der hat sich dem bestimmt nicht irgendwie antisemitisch oder fremdenfeindlich oder wie genähert dem Thema, hat aber die Atmosphäre von den Kurzgeschichten sehr gut eingefangen. Sehr bedrohlich alles da. Ja, ein Freund von mir, ja, David hat mal wieder auch im Eerie-Kontext, der ist weit mehr Lovecraft-Kenner als ich, aber der hat auch gesagt, eigentlich das Beste an Lovecraft ist eigentlich so sein Einfluss auf alle, die nach ihm gekommen sind. Also ganz eine Lovecraftsche Horror. Also wir haben bei Eerie mal eine Lad Barron-Kurzgeschichtensammlung, Woche für Woche eine Kurzgeschichte gelesen und besprochen und dann mit Lad Barron auch noch ein Interview geführt und also so die Ecke Weird Fiction, Cosmic Horror, da ist der Lovecraftsche Einfluss sehr, sehr, sehr stark. Da gibt es hervorragende Autoren und Autorinnen, die dann eben auch den Rassismus von Lovecraft nicht mit übernommen haben. Gut, wie auch immer. Machen wir weiter und damit jetzt dran ist, glaube ich, wieder der Patrick, oder? Oh, okay, dann geht's weiter mit Monster. Ich hab hier von der Deluxe Edition Swamp Thing von Alan Moore den ersten Band. Ich war genauso skeptisch wie alle anderen, als es hieß, neue Kolorierung, man müsste sich das anschaffen. Ich hab davor schon Swamp Thing sehr, sehr gut gefunden. Also gerade Alan Moores Run und das Vieh ist einfach eine meiner Lieblingskreaturen vom DC-Universum. Die Saga ist so in den 80er-Jahren gestartet, als Swamp Thing gar kein großer Verkaufsschlager war. Man war kurz davor, es zu beenden und dann wurde ein noch recht junger Alan Moore damit beauftragt, Swamp Thing neues Leben einzuhauchen. Und wie es Alan Moore eben so macht, er nimmt Swamp Thing erstmal komplett auseinander, im wahrsten Sinne, und beliebt ihn dadurch wieder. Also man sieht eine Leiche, die obduziert wird, alles wird auseinandergerissen und obduziert von dem Doktor, nee, es war nicht Doktor Akane, sondern der, der zu Floronic Man wird. Aber irgendwie springt dann so der Funke über und diese gesamte Essenz, die Swamp Thing ausgemacht hat, wird dann nochmal komplett auf den Kopf gestellt durch Alan Moore. Also früher war es ein, wie war das, ein Mensch, der dachte, er wäre ein Sumpfding oder so. Auf jeden Fall, jetzt ist es ein Sumpfding mit dem Bewusstsein von einem Menschen, der eigentlich so gar nichts Menschliches in sich hat, aber plötzlich dann unter anderem auch durch diese Abby Arcane dann seine Menschlichkeit wiederfindet und so Storys durchlebt irgendwo zwischen Pulp, klassischen Horror und richtig schöner Monster-Action. Also alles, was auch so dieser Sandman-Reboot quasi gemacht hat. Also schöne, philosophische, anspruchsvolle, aber auch peipige Horror-Anleihen. So klassischen Horror vermixst mit neuen Ansätzen. Das macht mir ziemlich Spaß. Swamp Thing ist ziemlich ikonisch. Es ist auch schön mit dem DC-Universum und den Crossovern verknüpft, wo ich mich heute frage, wieso kriegen die das heute nicht mehr so hin? Und wieso muss man heutzutage diese ganzen Bände kennen, um das alles zu verstehen? Bei Swamp Thing hat es auch geklappt, dass man da durchgestiegen ist. Ich glaube sogar Alan Moore hat damals auch für Swamp Thing einen Charakter erfunden, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Konstantin. Und diese neue Kolorierung, die hat etwas Plastischeres. Dadurch wirkt der Comic tatsächlich, als wäre er erst vor zehn Jahren geschrieben worden, obwohl es 40 Jahre auf den Buckel hat. Also diese Modernisierung ist, obwohl ich so skeptisch war, ziemlich gelungen. Man muss das halt dann für sich entscheiden, ob es was für einen ist. Ich kann auch durchaus verstehen, wenn Leute sagen, dass sie lieber so diesen raueren Stil aus den 80ern wollen und lieber so ihr Swamp Thing Erlebnis haben wollen. Und trotzdem alle haben nach diesem Alan Moore Run gefordert und jetzt wird er veröffentlicht. Also legt euch den zu, wenn ihr Interesse habt. Ich hab die ich hab nicht den kompletten Alan Moore Run gelesen. Ich hab damals mir die Vertigo hatte mal so eine Zeit lang so eine Vertigo Essentials Reihe, wo sie zum einen Sandman nochmal in Einzelheften, aber in Schwarz-Weiß abgedruckt haben und das gleiche auch mit Alan Moore Swamp Thing Run und die Alan Moore Swamp Things hab ich mir damals zugelegt. Ich glaub, sie haben das nicht den kompletten Run überdurchgezogen dann. Ich glaub, das wurde irgendwann eingestellt. Deswegen hab ich es nur in Schwarz-Weiß gelesen. Aber gerade das war für mich auch besonders attraktiv. Wenn Sachen in Schwarz-Weiß gut gezeichnet sind, lese ich sie auch gerne in Schwarz-Weiß. Manche sind halt auf Kolorierung ausgelegt, aber gerade diese Sachen von Steve Bissett und John Todtelman haben eben auch wunderbar in Schwarz-Weiß funktioniert. Und gerade dieses erste Heft, dieses Anatomy Lesson ist für mich bis heute immer noch eine der geilsten Gruselgeschichten, die ich je gelesen habe. Also wenn es immer so drum geht, was so beste Comics aller Zeiten sind oder sowas. Also wenn es so um ein Einzelheft von einer Reihe gehen müsste, immer Anatomy Lesson ein, weil das ist so eine Kurzgeschichte, die zeigt, wie es geht. Also da kommt, glaube ich, nicht viel ran so in dem Genre. Breastorm, Something und du, wie steht ihr zueinander? Ja, ganz, sehr gut, sehr gut. Ich habe das vor 15, 14 Jahren gelesen. Panini hat den Ellen Muran rausgebracht bis zu drei, aber damals war die Zeit einfach noch nicht so reif, dass die Leute das wirklich zu diesem Zeitpunkt schon genossen haben und viel gekauft haben und so wurde der vierte Band damals, glaube ich, nur als Print on Demand rausgebracht und ich war sehr glücklich, dass ich den, als mein Interesse dann geweckt wurde, noch irgendwie nachkaufen konnte. Also der war eine Zeit lang sehr selten und deswegen ist es jetzt gut und richtig, dass solche Sachen wieder neu auferlegt werden. Man hat ja die Entwicklung des deutschen Comic-Lesers so ein bisschen mitverfolgen können und verschiedene Sachen wie der erste Preacher Run, damals bei Speed erschienen oder so, die waren ihrer Zeit einfach voraus und dadurch, dass jetzt so vieles neu erschienen ist, Why the Last Man zum Beispiel, aber jetzt halt auch Swamp Thing, ist es genau richtig, die Entwicklung, dass endlich so viele Leute da sind, dass sich das lohnt, solche Sachen neu rauszubringen und auch nur neuen Generationen vor die Nase halten zu können und zu sagen, hier, das ist geiles Zeug, kauf das. Das ist auch einer meiner Lieblings Vertigo-Titel. Wir haben jetzt auch mittlerweile eine recht gut gemachte Serie, die dem Ganzen wahrscheinlich geholfen hat, dass sie das veröffentlichen können. Ich bin nicht zu 100% mit der Serie zufrieden, aber es gibt durchaus Momente, die sie aus dem Alan Moore Run adaptiert haben. Da zählt unter anderem auch die Kurzgeschichte von Andi dazu, die da auch ihren Einfluss in die Serie gefunden hat, was mich da auch sehr gefreut hat. Ja, habe ich Gutes darüber gehört, auch über die Serie, wurde ja nach einer Staffel eingestellt. Aber es wird weitergeführt, weil sie jetzt einen ziemlichen Popularitätsschub bekommen hat. Davon habe ich noch nichts mitbekommen, weil da kann ich nichts zu sagen. Okay, Breedstorm, magst du weitermachen? Selbstverständlich, auch wieder mit etwas Alten, aber nicht ganz so Alten, und zwar ist das ein Band aus dem Jahre 2014, und zwar ist es Sam Sable in Der König des Mars gezeichnet und geschrieben von Dylan Horrocks. Dylan Horrocks wird dem einen oder anderen noch was sagen, der hat nämlich den recht bekannten Band Hicksville geschrieben, wo er seinen alten Ego Sam Sable, also Sam Sable geschrieben, gegen die Comic-Industrie in den USA antreten lässt. Er selber ist eher so ein Zeichner im Stile von ich sag jetzt mal Scott McCloud, es geht in die Richtung, Greg Thompson geht in die Richtung, bisschen verträumt, nicht zu realistisch, Alison Bechtel, so in diese Richtung geht auch Sam Sable beziehungsweise Dylan Horrocks. Worum geht's, muss man Hicksville gelesen haben vorher? Nein, man kann das gelesen haben, man muss es aber nicht, man muss nur wissen, der Sam, das ist Comic-Zeichner, der aus Neuseeland, der in den USA Fuß gefasst hat und auch für große Verlage zeichnet, das kommt ganz passend, weil Dylan Horrocks zum Beispiel auch für DC gearbeitet hat, der hat zu seinem Verdruss Batgirl gemacht, aber es hat sich leider nicht so entwickelt, wie er sich das vorgestellt hat. Er war oft frustriert davon, was ihm vorgeschrieben wurde, was er machen sollte und dass er sich da wenig selber einbringen konnte und dass sehr viel auf optische Reize einfach nur gesetzt wird und die Geschichte nebensächlich wurde und einfach viel Sexismus und sowas auch vorgeherrscht hat. Also er hätte die Figuren einfach lieber in ihrer ursprünglichen Art und Weise belassen, statt sie so neu zu interpretieren, wie wir das teilweise gesehen haben, dass klassische Figuren aus den 50ern, 60ern, 70ern plötzlich ein neues Gewand kriegen und stark einfach nur nach optischen Reizen interpretiert werden. Und das genau passiert Sam Sable in diesem Band auch. Er hat so eine leichte Depression, würde ich sagen, kommt schlecht mit seiner Freundin zurecht und das Zeichnen macht ihm auch keinen Spaß, weil eben die eigentlich sehr kreative Figur aus den 50ern, die auch was verträumtes hatte, plötzlich zu so einer Art Porno Queen wird und er damit nicht richtig fertig wird. Der Band zeigt dann auch sehr deutlich Nacktheit und Geschlechtsakte. Also er fängt dann auch ein zu schlafen und träumt dann davon, wie die ihn plötzlich dann angreift, über ihn herfällt in ihrer neuen Version und es ergibt sich im Laufe des Bandes, dass er sich plötzlich in einem Comic wiederfindet und zwar ist das der namensgebende der König des Mars. Das ist so ein bisschen, wie kennt ihr Warlord auf Mars? Klingt nicht bekannt. Also der Erdenmensch, den verschlägt es auf dem Mars, da erlebt er wilde Abenteuer, wird natürlich der König, muss gegen Monster kämpfen, also diese typischen 50er Jahre Space Fantasien. John Carter? Ja, so in die Richtung. Okay. Das ist Warlord auf Mars. Ah ja, okay, ja, also ich kenn's als John Carter auf Mars, ist ein Titel, der mir bekannt ist. Genau, das kommt von Warlord auf Mars. Und das Ganze hat sich dadurch ergeben, dass er eine Technik entwickelt hat, wie er sich in Comic Hefte einbringen kann. Und sehr schwierig zu erklären, weil es auf sehr vielen Ebenen läuft. Er stellt aber fest, dass das auch andere können. Und er lebt halt in diesen Comics, zum Beispiel in diesem König des Mars, aber auch in anderen Abenteuer Comics, in Kriegscomics, er lebt Abenteuer teilweise mit anderen Zeichnern zusammen, die das auch können. Und das Ganze wird dadurch zu eine, wenn der erste Band, Hicksville so eine Kritik am Comic Business war, ist das eine Kritik an dem Konsumverhalten der Leser so ein bisschen. Was wollen die jetzt? Die wollen was ganz anderes, als die Figur ursprünglich mal gedacht war. Sehr auf Optik gelegt, sehr auf knallenge Damen Outfits ausgelegt und das kritisierte. Aber es kommen natürlich auch jede Menge nackte Damen in diesem Band vor, weil er das ganze ad absurdum führen wird, indem er auf den Mars kommt und da laufen halt grüne, wenig oder gar nicht begleitete Frauen rum, die einfach nur dazu da sind, seine Triebe irgendwie zu befriedigen. Das liegt daran, dass der Zeichner, der das gezeichnet hat, der kam halt aus den 30er und 40ern, Neuseeländer und der hat seine Fantasien da reingelegt. Bei dem sind alle Männer rot, die kommen nämlich vom Mars und die Frauen kommen von der Venus. Und um die Frauen zu bekommen, müssen die zur Venus fliegen und müssen die kidnappen. Und diese ganzen, wie soll ich sagen, aus heutiger Sicht sehr problematischen Plots, denen geht er dann hinterher und schreibt die um. Also es taucht dann auch eine sehr emanzipierte Comic Zeichnerin da drin auf und die beiden gehen dann durch verschiedene Ebenen, durch verschiedene Comics und gucken sich die verschiedenen Welten an und erleben Sachen, aber es ist ja halt nicht dieses typische mit erhobenen Zeigefinger. Es gibt ja auch sehr viele Comics, die ich möchte dich belehren auf sich draufstehen haben. Also wo du bei jeder Seite siehst hier ich halte jetzt deine Nase genau da rein, weil du sollst unglaublich vielen Anzeichnungen auf sehr sehr viele Genres auf zum Beispiel Western Comics auf Mangas da geht er sehr sehr stark drauf an Hentai ist ein Thema weil das ist ja sehr oft die Krönung des Sexismus ja also ich sag nur Tentakel und so weiter also da geht er sehr stark drauf ein aber immer auf eine sehr lustige Art und Weise wirklich Scott McLeod der auch hinten das sehr gelobt hat also das ist ein typisches Beispiel wie der sein Comic Interpretationsbuch da gestaltet hat genau so hat er es gemacht und er hat es richtig gut gemacht ich kann das nur empfehlen bin auch deprimiert dass ich das erst spät festgestellt hatte E. Harper hatte in den mittleren 2010ern eine Graphic Novel Phase möchte ich mal nennen wo sie sehr viel rausgehauen haben da habe ich mir jetzt auch noch einiges nachträglich besorgt und da werde ich schon lange mal interessiert aber an dem ich noch nicht wirklich vorbeigekommen bin also ich habe die Dylan Horrocks Comics wahrgenommen ich habe Podcasts mit ihm gehört die mich auch mehr interessiert an seinem Werk gemacht haben aber gelesen habe ich leider auch von ihm noch nichts Patrick hast du was gelesen leider nein es klingt tatsächlich wieder sehr interessant und schon wieder ein Titel den ich mir auf die Liste setzen kann gerade diese Meta Ebenen das ist ja sowas das mir auch sehr Spaß macht ja das ist das Gute auch den habe ich glaube ich für 4 Euro geschossen obwohl er mal 20 gekostet hat und also da kann man keine Gefangene machen den einfach bestellen fertig dann macht man da tatsächlich nicht viel für damit also du hast gesagt der war von 2014 wenn ich das jetzt recht erinnere also mache ich doch weiter mit einem Comic von 2014 was hältst du davon wie abgesprochen ich habe gesagt Deadly Class möchte ich heute kurz besprechen ich habe den ersten Band also den Sammelband hier gelesen namens Reagan Youth vereint die ersten sechs Hefte der die 2014 eben begann wird in Amerika bei Image Comics veröffentlicht ich habe englische Ausgabe gelesen deutsche Ausgaben erscheinen bei Cross Cult Autor Rick Remender Zeichner Wes Craig Farbe von Lee Lowridge und Lettering von Russ Wooten wie bei allen neueren Rick Remender Comics das ist eine Comikerei die mich schon lange interessiert hat man läuft jetzt ja auch schon seit sechs Jahren nächstes Jahr wird sie fortgesetzt das erste Band spielt 1987 nächstes Jahr beginnt die Reihe 1991 also wird immer verschreitet in der Zeit voran inhaltlich und ist jetzt natürlich in letzter Zeit nochmal mehr in den Fokus geraten weil Deadly Class die TV Adaption in Deutschland also in verschiedenen europäischen Ländern und auch in verschiedenen asiatischen Ländern jetzt auf Netflix ist es ursprünglich von Sci-Fi in den USA produziert worden auch nach einer Staffel eingestellt worden und ja also manche Länder auf der Welt haben es jetzt auf Netflix und ich viele Menschen wie auch ich haben es da jetzt angeschaut die Comics haben mich aber auch schon vorher interessiert ich habe letztes Jahr ein Heft gelesen gehabt das war so ein Free Comic Book Day Special das ich letztes Jahr auf Reisen in die Finger bekommen habe und vor allem da hatte ich zu dem Zeitpunkt hatte ich von Rick Remender noch nicht richtig bewusst was gelesen ich habe dann erst ein bisschen später dann Black Science gelesen aber dieses Daily Class Heft war wahrscheinlich so das erste so richtig was ich so richtig bewusst von Rick Remender gelesen habe aber hauptsächlich hat es mir der Zeichen angetan gehabt Wes Craig und das ist auch das wo ich eigentlich so ein bisschen den Fokus bei dieser Besprechung jetzt auch drauf legen möchte denn wie gesagt ich denke das ist jetzt kein das ist kein Geheimtipp bin nicht der erste Mensch der diesen Comic gelesen hat ich bin eher spät dran also es sind in den USA mittlerweile neun Trade Paperbacks in Deutschland sind jetzt glaube ich sechs erschienen das siebte kommt demnächst oder so und wie gesagt die neue neue Reihe beginnt dann auch nächstes Jahr in den in den USA also wie gesagt das ist alles andere als irgendwie ein Geheimtipp oder Underground oder irgendwas ich habe die ersten fünf Folgen der Serie TV-Serie gesehen gehabt als ich dann den ersten Band des Comics gelesen habe als ich dann wieder in den Comicladen gekommen bin und mir den jetzt endlich mal geholt habe und stellte fest dass das ziemlich deckungsgleich ist dieser erste Band mit den ersten fünf Folgen der TV-Serie was zu den also das was in diesem Band drin ist ist in den ersten fünf Folgen auch drin in den ersten fünf Folgen ist aber auch noch mehr egal es geht um eine um die Hauptfigur das ist ein Name hier Marcus Lopez Arguello der in den 80er Jahren in eine ja in eine Schule für Attentäter aufgenommen wird seine Eltern sind tot die sind gestorben als sich eine eine Person von einem höheren Gebäude stürzte zwecks Selbstmords und dabei auch auf seine Eltern darauf fiel und damit sein junges Leben in gewisser Weise auch zerstört hat und er dann auch auf der Straße lebt und dann mehr oder minder eingesammelt wird um in diese Schule für Attentäter mit aufgenommen zu werden und ab da ist es dann so ein bisschen so eine klassische Schulgeschichte da gibt es unterschiedliche Klicken die sich untereinander nicht so sehr mögen unbedingt er ist der Neue durch dessen Augen der Leser das Ganze dann auch so kennenlernt aber natürlich gibt es auch Freundschaften innerhalb dieser verfeindeten Klicken und die Figuren sind auch nicht zwingend unbedingt alle das was sie nach außen vorgeben alles ja so Teenager die aber eben als Killer ausgebildet werden und das auch mehr oder minder gut können oder auch mehr oder minder gut überhaupt auch verkraften und er findet sich eben auch in dieser Welt dann so neu zurecht und sie erleben dort so auch recht palpige Abenteuer das sind so die Sachen die ich bei Remender auch gerne mag ebenso oder generell ebenso Palp-Abenteuer was mich jetzt beim Lesen des Comics wie gesagt am meisten aber auch wirklich begeistert hat war die grafische Gestaltung also auch die Erzählweise die Westcrag hier an den Tag legt was die Seitengestaltung angeht die Panelgestaltung da ist eine Wahnsinnsdynamik teilweise drin da gibt es Verfolgungsjagden mit Autos die einen Schwung auf die Seiten bringt das mich ganz tief reingezogen hat wie gesagt Panelgestaltungen auch die die Farbgebung durch Lee Lowridge ist auch da mit hervorzuheben ich weiß aber auch dass in den späteren Bänden ich weiß jetzt nicht mehr genau wer aber jemand anders die Farben übernommen hat und die neue Reihe nächstes Jahr wieder von von wem anders ist aber ich glaube das sind auch alles gute Leute aber also grafisch also die Story sowieso also macht macht Spaß Dialoge sind gut das basiert auch viel auf den also jetzt dieses Killer Ding nicht aber so die die 80er Jahre die hier so dargestellt werden basieren eben auch ja auf dem auf den den Erinnerungen von von Rick Remender Rick Remender ist ein bisschen älter als als Breastorm und ich älter als der Patrick sowieso ähm der ist so ein der ist so ein 80er Jahre Punkrock Kid und das kommt in diesem Comic halt auch ganz dick raus also die die Sammelbände sind auch alle nach ähm nach Bands oder Platten benannt ähm also alles irgendwie so so Punkrock Titel und auch ja so der also der Soundtrack der Fernsehserie ist auch ganz viele so alte 80er Jahre Punkbands und das die ganze äh Spirit ähm spricht auch hier so aus den aus den Comics raus und auch auch so aus so Monologen also die Hauptfigur hält manchmal auch so so Monologe wo man auch wirklich quasi Rick Remenders Ansicht der Welt so ein bisschen auch mit mit rauslesen kann aber wirklich so als als Action Comic äh ist ist Wes Crack hier einfach ein ein fantastischer Zeichner der Action wahnsinnig gut darstellen kann aber eben auch die die Charaktere ähm wirklich sehr gut trifft also ich mag das so ein bisschen bisschen cartoonig auch das gefällt mir ja auch immer gut wenn es nicht super realistisch ist ähm sondern eher so ein bisschen abstrahiert zumindest und also da hat es mich ganz tief reingezogen ähm obwohl ich die wie gesagt die ersten fünf Folgen der Serie schon gesehen hatte hat mich die Story als Comic nochmal nochmal ganz anders auch gekriegt also es war jetzt nicht so der Fall wo ich sag nur ja gut die Story habe ich jetzt eh schon erzählt bekommen äh der Comic bietet mir jetzt auch kein 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 nichts anderes oder so als es die Fernsehserie getan hätte nein ganz im Gegenteil ähm das grafische Erzählen ist hier auch meiner Meinung nach auf allerhöchstem Niveau und ähm ich hab dann als ich mit dem Band fertig war auch direkt bei meinem Comicladen Band zwei und drei bestellt dass ich die dann auch wenn sie dann irgendwann ankommen auch direkt weiterlesen kann also ich bin Fan geworden diese Reihe ich weiß der Patrick hat es auch gelesen aber ich frage erst den Breedstorm hast du Deadly Class gelesen oder die Serie gesehen oder irgendeine Verbindung dazu die Serie habe ich nicht gesehen ich hab mir als es neu rauskam den ersten Band in Papierform bestellt da fand ich es noch ganz innovativ als die nächsten Trades die hatte ich mir dann elektronisch nur geholt auf Comixology es hat mich irgendwann verloren weil es zu ich fand es zu gewollt es hat mich nicht richtig gecatcht ich kann nicht genau festhalten warum es hat so ein bisschen X-Men an Laien ganz klar so dieses dieses Schulsystem wir zusammen wir die ja die 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 Killer Kids so ein bisschen wir als Gruppe zusammen die Feindschaften untereinander aber trotzdem hat es mich irgendwann verloren sehr spannend ein anderer Freund von mir hatte umgekehrtes Erlebnis der hat zu mir gesagt er hat ein bisschen gebraucht um reinzukommen und es hat ihn dann erst mit späteren Bänden dann so so richtig gekriegt gehabt sehr interessant Patrick wie war es bei dir und wie viel hast du davon gelesen Schrägstrich gesehen ich habe circa die ersten vier Bände gesehen gelesen gesehen habe ich das vorab als die Serie frisch rauskam da gab es eine Besprechung für den Tele Stammtisch so für die ersten vier fünf Folgen die wir da sehen durften die handeln ja den ersten Band ab ich finde in der Serie haben sie ein bisschen die Lehrer herausgearbeitet dass die nicht nur stumpfe Stichwortgeber sind sondern auch so ein bisschen Charakterprofil bekommen gerade Benedikt Wongs Charakter also dieser Lehrer kriegt da auch so ein bisschen mehr Personalität rein und hat da auch so ein eigenes tragisches Schicksal das da in die Serie mit verflochten wird das wir leider so nicht fertig ausgeführt kriegen in den Comics fand ich diese Farbgebung sehr cool der 80er Jahre die wurde sowohl in der Serie als auch in den Comics sehr cool angefangen in der Comic hat mir dieser umgesetzte Drogentrip nochmal ein Stück besser gefallen ich fand Fuckface oder wie er hieß der war in beiden Versionen schon ziemlich creepy ich kann trotzdem sagen in den späteren Bänden liegt das in Sachen Härte und noch ein paar Schippen drauf vielleicht ist deswegen der Breedstorm da ausgestiegen weil ihm diese Brutalität da vielleicht ein Stück weit zu gewollt war weil der Breedstorm so eine zarte Seele ist ja nicht unbedingt verletzt nicht meine Gefühle bitte niemals ja ich muss ganz ehrlich sagen also ich finde es auch sehr schade dass jetzt da die dass die Serie nicht fortgeführt wurde jetzt auch so im direkten Vergleich weil ich das wirklich also eigentlich möchte ich hauptsächlich diesen Comic jetzt anpreisen aber ich muss dann jetzt auch doch dazu sagen dass ich das eine sehr gelungte Adaption finde Rick Remender war ja auch der Showrunner der TV-Serie also der war da ganz nah beteiligt der hat Bücher geschrieben Schrägstrich mitgeschrieben war dann an den Entscheidungen mit beteiligt und so also das ist so der der Schöpfer des Comics hat auch diese TV-Serie geschöpft und der hat ich habe diverse Interviews mit ihm auch auch angehört und so und der hat auch gesagt alles was im Comic ist ist auch in der TV-Serie eigentlich drin bis auf ein paar zwei drei Szenen die die da fehlen so aber ansonsten ist eigentlich in der TV-Serie drin aber in der TV-Serie eben dann noch durch weitere Nebenplots oder auch andere Charakterentwicklungen noch noch erweitert wie Patrick jetzt eben auch gesagt hat und das finde ich das finde ich eine sehr schöne Ergänzung also ich finde das funktioniert wahrscheinlich in beiden Richtungen wenn ich den Comic gelesen habe dann kann mir die Serie gibt mir zum einen das was ich kenne aber gibt mir auch noch mehr aber eben aus der Hand des Schöpfers eben auch also nicht irgendwer hat sich jetzt was Neues dazu ausgedacht sondern der Mensch der sich das ganze Ding überhaupt ausgedacht hat aber für mich hat es wie gesagt auch umgekehrt funktioniert ich habe die Serie gesehen und ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel neue Handlungen im Comic bekommen aber weil ich eben auch Comic-Leser bin und grafisches erzählen mag hat mich die ja die die Illustration und die das das grafische erzählen eben dieses Bandes richtig gekriegt und reingezogen und ich habe ja also Rick Remender hat immer ganz viel retweetet von Menschen eben aus Deutschland und anderen Ländern wo Dele Klairs auf Netflix gegangen ist und dort auch sehr erfolgreich war also es war wochenlang bei uns auch in den Top Ten teilweise auf Platz 1 auf Netflix und so und es war sehr interessant das so ein bisschen mitzusehen was er so retweetet was die Leute so schreiben die das jetzt die halt den Comic natürlich nicht kannten und viele auch gar nicht wussten dass es ein Comic ist und sich in diese Serie verliebt haben und dann enttäuscht waren dass es aber nur diese eine Staffel gibt und natürlich wie das bei Netflix heutzutage so ist es steht ja ja nicht davor dass das eine Sci-Fi Serie ist da steht ja nur das Netflix-Logo davor also glauben Leute das wäre eine Netflix-Serie und wundern sich warum keine zweite Staffel angekündigt wird wo das doch so super erfolgreich ist und dann ist ihnen aber nicht bewusst dass die Serie eigentlich schon ein paar Jahre alt ist von einem ganz anderen Sender ist und Netflix wahrscheinlich nicht mal die Rechte daran hat da irgendwas Neues dran zu machen und das ist natürlich auch nicht einfach wäre die Leute jetzt wieder zusammen zu kriegen und so aber gut wie auch immer mein Lieblings-Tweet war eigentlich da hatte jemand war auch so eine kleine Tweet-Kette wo jemand geschrieben hatte Mensch hier verdammt und gibt keine Vorzüge und so und dann nächster Tweet es scheint da aber irgendwie einen Comic zu geben und so aber na gut ich glaube meine Fantasie ist wahrscheinlich besser als der Comic ich denke mir lieber aus wie es weitergeht habe ich mir auch gedacht die ist hoffentlich nicht bewusst dass der Mensch erstens dass der Comic zuerst da war und zweitens dass der Mensch der den Comic gemacht hat auch die Serie gemacht hat aber naja wie auch immer anderes Thema mal wieder wir schweifen ab aber hier können wir tatsächlich wieder diesen Vergleich ziehen es wurde bekannt nachdem der Stecker gezogen wurde unfassbar schade schon wieder bei mir war es ja gut aber das ist natürlich das ist natürlich auch immer die Sache wo solche Sachen ursprünglich mal mal rausgekommen sind also wenn solche Serien also das war bei Swamp Thing ja auch so das kommt halt auf irgendwelchen Spatenkanälen die niemand hat die dementsprechend auch niemand anschaut und erst dann wenn es halt auf irgendeinen Sender geht wie jetzt im Falle von Dettlichler ist eben Netflix das viele Leute eben haben und dann dort entdecken dann dann kann wird es halt populär aber bei uns war es vorher auf sowas wie join oder tv now auf irgendeinem dieser Spaten das war auf Sky okay aber zwischen also jetzt jetzt vor Netflix war es auf jeden Fall noch was auf was anderem auch also da war es auf sowas wie join oder tv now ich habe nämlich vor ein paar Monaten erst danach geguckt wo man es denn bei uns sehen könnte das war eben noch bevor es dann auf Netflix gegangen ist und fand es eben auf einem dieser kleineren Streamer die meines Wissens nur wenige Menschen haben aber Netflix haben halt einfach viel mehr Menschen und dann wird es halt ja hat es natürlich eine andere Chance auch populär zu werden und ich glaube in den USA auf Sci-Fi weiß ich nicht das war halt wahrscheinlich auch einfach nicht der Sender den genug Leute haben um es so richtig populär zu machen ich hätte es jedenfalls nicht besser treffen können mit mal einen Start bei Rick Remender das war tatsächlich so das erste was ich von Rick Remender gelesen habe und dann war ich natürlich hooked ja ja okay alles klar dann schließe ich damit ab und gebe weiter an den Patrick und John Konstantin oh ja ich glaube da springen wir jetzt in die 90er Jahre da hat sich Garth Ennis so an in seiner noch Independent Phase an die Hellblazer Reihe ran gemacht und er hat wir waren ja vorher bei Swamp Thing damals wurde John Konstantin dafür erfunden im Prinzip ist das so der Start für eine meiner Lieblingsreihen für Preacher weil das was er bei Konstantin also bei Hellblazer anfängt hat schon ziemlich viele Anleihen auch an Preacher nur eben in einer etwas softeren Version nicht dass ich das jetzt als soft betiteln will aber bei Preacher lebt er sich dann komplett aus der gute Garf aber hier starten wir jetzt tatsächlich damit dass Garf Ennis so das macht was man mit einem Helden machen muss dem man neues Leben einhorchen will man verpasst ihm erstmal Krebs und ich kannte die Reihe schon davor ich hab mir jetzt nur die Deluxe Reihe geholt weil ich hab so alte Ausgaben von Schreiber und Leser die so langsam den Geist aufgeben das fand ich war jetzt dem ganzen nicht gerecht deswegen hab ich dann zugeschlagen als sie da den ersten Band dieser Garf Ennis Collection geholt haben ich weiß diesen Mann sehr zu schätzen ich mag auch seine Panischerei ich mag Preacher ich mag The Boys ich mag sehr viel von ihnen außer jetzt seine Reihe über die Apokalypse und die durchdrehenden Menschen ich weiß jetzt nicht mehr wie das hieß Cursed 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 da bin ich jetzt nicht so der allergrößte Fan von da fehlt mir auch irgendwie dieser typisch irische Garf Ennis Humor das ist einfach nur ein bisschen krank um der Krankheit willen hab ich das Gefühl aber ich fang schon wieder mit den Abers an hier in der Reihe ist es so dass Konstantin auch als nicht nur dieser hinterhältige Bastard gekennzeichnet wird der in Swamphing nun mal war er hat ihn in der Swamphing schon ziemlich manipuliert und für seine Machenschaften eingesponnen hier kriegen wir neben diesen manipulativen okkulten Ermittler auch einen sehr menschlichen Konstantin zu sehen wir erfahren hier viel über seine Vergangenheit auch kriegt er hier eine zeitlang eine Beziehung mit Kit also einer Freundin von einem Kumpel der auch im Verlauf dieser Reihe stirbt dann an die Seite das fühlt sich organisch an ohne dass es mir auf die Nerven geht dann haben wir also gerade die erste Story Dangerous Habits ist für mich tatsächlich so ein richtig guter Klassiker von Garth Ennis da hat er eins zu seiner früheren Meisterwerke geschaffen wie der Melancholie und dieser irische Humor da miteinander Hand in Hand gehen fand ich da schon klasse der hat Szenen die können die an die Niere gehen gerade wenn man Freunde hat die auch an Krebs gestorben sind wie bei mir kann der Dichter emotional schon ein wenig triggern war bei mir tatsächlich der Fall aber ich habe während ich das gelesen habe dann auch gemerkt irgendwie habe ich so ein Faible für leicht runtergekommene versoffene okkulte Detektive und Detektivinnen also Hellboy Jessica Jones John Konstantin das sind alles so leicht runtergekommene Helden die mindestens mal eine Flasche zu viel trinken und es macht Spaß das zu entdecken auch die Parallelen die zu Preacher gezogen werden wir haben hier auch ein Dämonenpärchen das ein enges teufels kind hybrin gezeugt hat wir haben die irischen Säufer Geschichten die sich auch durch Preacher ziehen wir haben ambivalente Charaktere denen man trotzdem folgt und dieser erste Band endet dann tatsächlich damit dass John Konstantin am Tiefpunkt ist und wir natürlich wissen wollen wie es weitergeht Konstantin ist auch eine meiner Lieblingsfiguren gerade so diese ganzen 90er Jahre Vertigo Sachen waren ja Comics die mir sehr sehr viel bedeutet haben in der Zeit Preacher Sandman Transmetropolitan Konstantin und noch ein paar andere so und ja ich bin da auch zum riesen Ennis Fan geworden damals wobei ich sagen muss jetzt habe ich schon sehr sehr lange nichts mehr von ihm gelesen aber gerade die Sachen aus der Zeit damals sind mir immer noch heilig und Dangerous Habits habe ich jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit erst mal wieder gelesen und gebe dir da natürlich vollkommen recht absoluter Klassiker und ja auch zu großen Teilen die die Grundlage zu dem Keanu Reeves Film den wahrscheinlich mehr Leute gesehen haben als den Comic gelesen haben aber ja also auf jeden Fall lesenswert Breedstorm wie schaut es bei dir aus mit Konstantin hast du Dangerous Habits gelesen oder überhaupt Konstantin ja ich habe den kompletten Enes Run bei Hellblazer gelesen das auch ganz klar entdeckt nachdem ich Preacher entdeckt hatte habe ich mich umgeguckt was gibt es da als nächstes zu entdecken und da waren die Schreiber und Laser Ausgaben schwer waren da das Mittel der Wahl und die halte ich immer noch in Ehren das ist einfach durchweg gut gemacht Enes hat beim Punisher für mich irgendwann so ein bisschen die Kontrolle verloren wo er einfach zu viel davon gemacht hat und bei Hellblazer hatte ich das Gefühl da war dem nicht überdrüssig wie er beim Punisher da hat er den Absprung rechtzeitig geschafft Punisher hat er immer in zehn Jahre geschrieben ja und deswegen war das alles on point und kann man nur jedem empfehlen auch die Dinger kann man sich jetzt denke ich von Panini wieder nachkaufen da gab es ja auch Wiederauflagen weil eine Zeit lang als immer mehr und mehr Leute dann Enes entdeckt hatten waren solche Sachen ja auch ruckzuck mal weg dass man nicht jeden Band auch bekommen hat also den sorry ja den ersten Preacher Band damals musste ich auch das US Trade kaufen weil einfach der Speed Band nicht zu erlangen war irgendwo das ist halt so mittlerweile wird es eben auch vermarktet vom Autoren von The Boys Garth Ennis ist jetzt in aller Munde weil diese Boys Serie auf Amazon so durch die Decke geht gut also wir sind alle Garth Ennis Fans wir sind alle Hellblazer Fans du hast ja noch ein Tattoo von ihm ich hab auch ein Hellblazer Tattoo das auch richtig und ein Preacher Tattoo und ein Sandman und ein Death Tattoo und ein Transmetropolitan Tattoo ja meine Comic Tattoo Sammlung besteht zu großen Teilen aus Vertigo da sind auch noch andere Sachen mit dabei aber eben auch ein paar Vertigo Benjamin Blümchen Benjamin Blümchen ist kein Comic und ich bin tatsächlich auch als Comic ich bin tatsächlich nicht mit Benjamin Blümchen aufgewachsen ich weiß nicht wie das ist bei dir Breedstorm aber ich fand das finde ich ein sehr spannendes Ding so nach wer ist mit welchen Hörspielen aufgewachsen und Benjamin Blümchen war es bei mir tatsächlich nicht es wäre zwar theoretisch die Zeit gewesen aber der ist ich hab da auch mal was von gehört aber selber nie also vielleicht hab ich mal eine Folge gehört oder so ähm wir ganz klar das wäre die Zeit gewesen aber mir war Benjamin Blümchen immer Suspekt muss ich sagen ein großer labernder Elefant der mit einem minderjährigen Kind rumläuft also das sowas hat mich nie fasziniert da war ich eher bei Winnetou und Science Fiction Hörspielen und später ganz klar bei Jan Tenner die hatte ich komplett und das war mir schon als Kind zu kindisch Benjamin Blümchen vielleicht waren wir aber auch schon drei Jahre zu alt für Benjamin Blümchen vielleicht ich weiß nicht genau wann es rauskommt egal ähm Breedstorm du hast noch ein Comic für uns vielleicht sagst du mal da drüber was da scheint es um Elefantenmenschen zu gehen ja ich diese diese Lücke in meinem Lebenslauf versuche ich damit zu kompensieren dass ich wenig über Elefanten auf Kassetten gehört hab dass ich es jetzt in Comics verfolgt hab beziehungsweise schon vor einigen Jahren denn ähm als Image irgendwann richtig groß rauskam ist mein Augenwerk damals auch auf die Serie Elephant Man gerückt die von Richard Starkings geschrieben wurde der sich immer mal ein anderes Zeichen erholt ja worum geht's da also es sieht so ein bisschen aus wie Benjamin Blümchen wenn man sich das das erste Cover so anguckt da steht auch so ein Elefant im Trenchcoat und er ist ein bisschen traurig und ein kleines Mädchen steht daneben und so ein bisschen wirkt es schon wie Benjamin Blümchen bloß die Vorgeschichte ist ein bisschen anders denn dieses Hybridwesen aus einem Mensch und ein und ein Elefant wobei der Elefant deutlich ist also man kann sich die Hybridwesen in Elephant Man eigentlich eher vorstellen wie auf zwei Beinen laufende Tiere ähm die wurden gezüchtet 250 Jahre in der Zukunft um Kriege auszufechten für die Menschheit denn die Amerikaner die Europäer die Chinesen die haben sich alle bekriegt und da hat man Elephant Man gezüchtet das ist auch der Überbegriff obwohl diese Mischwesen zum Beispiel auch Nashörner sein können Hyänen Krokodile Löwen also da kommen jede Menge Zebras interessanterweise wurden alles zu Hybriden gezüchtet die größer sind als Menschen und mit riesigen Waffen und Rüstungen gegeneinander auf den Schlachtfeldern dieser Welt gekämpft haben was unter anderem dazu geführt hat dass Europa in Schutt und Asche liegt also da wächst nicht mehr viel und ich möchte jetzt über den Kriegsverlauf denn es gibt immer wieder in der Serie Rückblicke auf den Krieg nicht mehr sagen aber das Ende vom Lied war dass es irgendwann gesagt wurde es sind ja doch irgendwie auch Lebewesen das sind nicht nur wie Kampfroboter für uns sondern sind auch Lebewesen und die haben dann den Status wie ganz normale Menschen bekommen nach dem Krieg und verschiedene von denen haben sich dann auch hochgearbeitet es gibt es gibt ein Mischwesen das ist so eine Art Wilson Fist geworden weil das natürlich durch die körperliche Erscheinung auch sehr gut Druck bei Verhandlungen machen kann und eine beliebte Figur die Richard Starking gemacht hat die auch eine eigene Serie oder eine Miniserie bekommen hat ist Hip Flask der ist nämlich ein Nilpferd Hybrid und der ist so eine Art Privatdetektiv vielleicht ist das ja was für Patrick also ein Alkoholiker ist er nicht unbedingt aber ein bisschen kaputt ist er natürlich auch weil auf den Schlachtfeldern dieser Welt das hat natürlich an den Seelen von diesen Kämpfern gezerrt gerade der Kriegsausgang war auch nicht immer schön sie mussten gegeneinander kämpfen sie mussten gegen Menschen kämpfen die Chinesen haben dann Mechas gebaut die aussehen wie Elephant Men also es ist alles schwer verquirlt in diesem in diesem Universum und wir haben eine Gesellschaft die gar nicht so weit entfernt ist von unserer jetzigen Gesellschaft aber eben mit Elephant Men zusammen und ja wie bin ich jetzt drauf gekommen überhaupt wieder was von Elephant Men zu lesen weil die ersten die kamen so auch Mitte der Mitte der 2000er kamen glaube ich die ersten und da hatte ich einiges geholt ich habe jetzt aber gesehen dass es eine Comixology Originals Serie davon gibt das heißt Comixology bringt die selber raus und Richard Starking ist wieder am Ball und da habe ich mir das erste Trait und auch dann das zweite geholt das erste Trait ist The Death of Shorty und da gibt es auch wieder jede Menge Rückblicke denn das soll ein neuer Einstiegspunkt sein für neue Leser in dem das ganze Universum was ich euch eben versucht habe in wenigen Worten klar zu machen so ein bisschen erklärt wird mit vielen Rückblicken und Shorty ist eine Figur die bis jetzt weiß ich noch nicht also in meiner Erinnerung nicht aufgetaucht ist aber Shorty ist ein Elephantman der wirklich ein Elefant war in diesem Krieg und der heißt nicht etwa Shorty weil er so unheimlich klein ist also das jetzt nicht wie Dumbo oder sowas Dumbo fand ich übrigens auch skurril also das war auch fand ich auch da war der Drogentrip der eine Gesetz beigetragen hat nein Shorty heißt Shorty weil er auf dem Schlachtfeld von Europa von Menschen angegriffen wurde und er gerät in eine Falle und durch diese Falle wird ihm sein Rüssel abgetrennt und dieses Fragment seines Rüssels hängt er ihm halt noch im Gesicht also das kommt nicht wird nicht wieder angenäht und deswegen heißt er Shorty weil er halt so einen kurzen Rüssel hat und das ist ein Bekannter von Hip Flask also diesem Nilpferd Detektiv und eines Tages wird festgestellt dass Shorty ermordet wird und die Ermittlungen die sich darum drehen die sind ein Vehikel um ja die ganze die ganzen Vorstories von Elephant Man zu erzählen das dürften auch so ca. 1500 Seiten sein die mittlerweile auch in drei Mammutbänden erschienen sind ich persönlich fand diesen diesen neuen Ansatz ganz gut den sie da reingebracht haben obwohl ich natürlich schon vieles von den Rückblicken kannte es hat ein bisschen gedauert bis ich mich erinnert habe weil es auch schon wieder so lange her ist aber die die Story war trotzdem dass sie viele Rückblicke hatte sehr sehr dicht und ist kein schlechter Punkt wenn man da jetzt einsteigen will aber leider hat dann der nächste Band der danach kam da geht es nämlich um ein paar alte chinesische Mechas die sie finden mich nicht überzeugen können also mir bringt eine wieder Einstiegsgeschichte oder eine neue Einstiegsgeschichte nicht wenn der nächste Band für mich einfach schwach ist also da war sehr viel Action und Action gehört natürlich in Elephant wenn die Tiere gegeneinander angeht dazu aber da war es in dem in den zweiten Trade war es eher mau so dass ich wenn sich jemand für die Thematik interessiert einfach davon sagen würde man soll wirklich mit der Nummer 1 anfangen und das erste Trade von Elephant nehmen und lesen und die Geschichte von vorn erleben und lang und nicht so komprimiert ich glaube es heißt Wounded Animals ist der erste Band es sei denn man möchte sich gleich den den Mammutband mit 488 Seiten schießen dann bietet sich bietet sich das natürlich auch an aber ja ein schöner Wiedereinstieg aber zum falschen Zeitpunkt ich habe gesehen er wurde sogar gedruckt also Amazon vertreibt auch selber dann natürlich von Comics den ersten Band zumindest und ja Richard Starkings das ist sicherlich die Serie seines Lebens er selber kommt ja also das Brite hat ursprünglich für 2000 AD gelettert habe ich gelesen und hat dann auch Marvel DC Sachen gemacht aber Elephant Man ist sicherlich die Serie seines Lebens so hattet ihr damit schon Berührung also gesehen also das ist auch so eine Reihe also was du vorhin Elephant Man gesagt das habe ich dann auch gefragt ob das die Richard Starkings Reihe ist weil das also die Namen kenne ich ich kenne die Cover ich habe die Bücher schon stehen sehen ich habe bestimmt schon mal reingeblättert ich glaube es sind auch ein paar Zeichner und Zeichnerinnen an dem Ding gewesen ich glaube Marley Sarkone hat da mal was gemacht weil ich so ganz düster im Hinterkopf noch habe also auch Illustratoren und Illustratorinnen die ich die spannend fand aber gelesen habe ich davon noch nichts ich finde das ein ganz interessantes Ding weil in meiner Wahrnehmung war das auch immer so ein ein bisschen eine Kultreihe so ein Indie Hit aber irgendwie aber auch so also sehr Indie also so dass das jemand anderes das kennt habe ich immer noch nie wahrgenommen so also du bist jetzt der erste Mensch den ich kennenlerne das auch wirklich gelesen hat aber ja also ich glaube das ist so ein so ein Liebhaber-Ding also ich glaube das ist so für die für Comic-Leute ich glaube Comic-Leute mögen das also Comic-Kreative meine ich damit auch also gerade in den in den USA in in einer reinen Comic-Leserschaft habe ich keine Ahnung wer das liest außer dir jetzt eine Nachfrage habe ich noch das vielleicht hast du es gesagt und ich habe mir es einfach nicht klar geworden ist das jetzt eine ist das insgesamt eine fortlaufende Geschichte oder sind das einzelne Geschichten also kann ich einen einzelnen Band lesen und habe eine Geschichte oder bleibt es dann offen und ich muss die Folgebände lesen also du könntest wenn du einfach nur reinschnuppern würdest diesen Band lesen die anderen die reine Serie die diese vorher gab die musst du schon von vorne durchziehen weil das baut aufeinander aus es wird immer mehr entblättert immer mehr Rückblicke was haben die Menschen oder die Tiere auch im Krieg gemacht und das sollte man so lesen andere Idee die man auch noch wenn man nur reinschnuppern will ist natürlich die Hip Flask Miniserie das ist eine Detektivgeschichte da kann man auch mal so reingucken ob einem das so zusagt für mich hat das auch viel mit dem Artwork zu tun wie gesagt der 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 sicherlich am meisten gezeichnet hat ist Moritat oder Moritat je nachdem wie man das aussprechen möchte der hat mir sehr gut gefallen während der Zeichner von den letzten den habe ich schon verdrängt wie er heißt der hat mir dann weniger gefallen aber auch diese Neuauflage jetzt dieses The Death of Short die kann man durchaus sehen es hat leider nicht immer den Charme von den Covern weil die Covern ja auch so ein ganz eigenes Artwork haben so sieht es leider innen nicht immer aus manchmal ja Patrick kennst du Elephant Man ich kannte ihn bisher nicht ich klicke mich hier auch gerade durch und nach dem was ich höre klingt das krank genug um zumindest mal reinzulesen das ist ja auch ein Prädikat krank genug um zumindest mal reinzulesen ja ich glaube also Patrick wird es mit Sicherheit gefallen wenn er so an Hellboy und so seine Freude hat an Turtles habe ich auch mal eine Freude kranken Detektiven also dann dann bist du da sicherlich also da könntest du fast den ersten Mammutband billig schießen ja klingt interessant ja ich glaube 24 25 Euro für 488 Seiten oder sowas habe ich gesehen jetzt hat mich auch erschreckt weil ich den natürlich damals nicht kaufen konnte sondern die Einzelsachen mir holen musste aber das ist zum Reins gucken ist wirklich super schön dann sage ich mal vielen Dank in die Runde hat jemand noch irgendwas was er anmerken will bevor wir uns hier in die in die Abschiedsrunde begeben Patrick liegt dir noch irgendwas am Herzen wir können die von Lovecraft kommen Lovecraft hat sich sehr an Edgar Allan Poe orientiert also ist im Prinzip Edgar Allan Poe der Urvater des Horror aber Lovecraft hat das alles verfeinert und hat natürlich den Cosmic Horror quasi eröffnet aber ansonsten habe ich da heute nicht mehr viel zu sagen so als kleiner Nachtrag sehr gut Bridgestone willst du noch was loswerden ne da fehlt mir nichts zu eilen das war jetzt so ein Nachklapp aus dem Nichts halt irgendwie egal hat uns jetzt glaube ich beide ein bisschen verwirrt sorry sorry das ist überhaupt kein überhaupt kein Problem da hat jetzt einfach nur keiner mit gerechnet dass jetzt noch Poe ums Eck kommt wunderbar es war mir wie immer eine große Freude vielen Dank Patrick vielen Dank Breedstorm ich glaube wir haben einige spannende Comics und Themen besprochen zum Abschluss nochmal schaut euch Ralf Niese an schaut euch Richard Korben an sonst verpasst ihr was ja vielen Dank fürs Zuhören wir hören uns dann wieder im nächsten Jahr also für uns als Aufnehmende wann auch ihr mir das anhört vielleicht hören wir es auch schon in einer Minute wieder falls ihr die Folgen irgendwie gebunkert anhört falls ihr den Telestammtisch hört da hört ihr mich eben auch öfter gut also genau der Andi ist ja heute nicht mit dabei aber wir können natürlich auch nochmal auf seinen Podcast mit hinweisen den Telestammtisch wo wie gesagt der Patrick auch häufiger was veröffentlicht also wenn ihr dem Patrick noch öfter auch über Filme und Serien und andere Dinge zuhören wollt dann schaut beim Telestammtisch vorbei alles klar dann vielen Dank bis zum nächsten Mal auf Wiederhören bis dann Küsschen aufs Nüsschen aufs Nüsschen so ist es eben das das klingt unanständig das ist nur deine schmutzige Fantasie na ich weiß ja nicht hast du noch Redebedarf nee jetzt nicht mehr das klingt unanständig 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 das klingt unanständig